ist an ich stehe schon wieder nicht drin dann ist aber gestern drin warte hallo hallo raw eagle also es ist da wir funktionieren alles funktioniert nicht so aus wie ein normaler mensch ok bin bereit hallo ahav hallo jamie winfried möchte mitspielen sollen wir ihn reinlassen ne das eine runde zu dritt erstmal ok bin bereit aber meine rückseite alles gut dazu 2000 2000 matthias geheim sein in der nächsten runde kannst du mitspielen winfried ach da ist er das geburtstagskind von heute bei gestern war glaube ich gar keine alles gut zum gewissen hallo kiosk immer diese und das ist schon bereit mit verstrichen 40 sekunden ungefähr verbleibend 22 stunden 34 bei mir auch jetzt gibt es schon 40 versprochen ne versprechen tue ich nix aber solange wir nicht plötzlich sterben oder die welt explodiert kannst du in der nächsten runde mitmachen zu miese und was ist das wie geht's wie geht's okay kiosk kann ich gleich mitspielen müssen wir gucken irgendwann ja wir sind gerade mit jamie drin ist jetzt wahrscheinlich die ganze zeit da bis er nicht mehr darf welche aufgaben soll ich machen ja es nicht so wichtig ist nach der runde ist wichtig dann werden die so zurück gesetzt die drei täglichen geschafft und schieß gehen nach so hallo flitt mitspielen ja später jetzt gerade wir haben gerade erst angefangen wir machen jetzt eine runde battle royale mit jamie danach kommt der winfried rein und dann mal gucken was wir dann machen hallo sam du wolltest auch noch eine dreierrunde mit uns machen ja vierer mit jamie geht sonst noch das war so nicht gemeint also gehen wir raus konnte gestern dich hast du nicht gestern mitgespielt mhm ne der war im auto oder so aber kreativ oder nicht ne ich glaub nicht ne ich glaub nicht ah doch stimmt ja wir haben einfach internet im auto hallo Sven ja eine rückseite tut wie ich sitz so krumm ich weiß nicht was ich tun soll ist das so normal ich hab mit dem er rotflinte vakuum das stimmt hallo noah hallo mia hast du den sam abonniert oder der dich abonniert hier ist das also ich dich nicht du mich hast glaube ich gesagt ja hallo 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 bei mir sind fuß wir haben großen getränk soll ich ihn erst töten und dann saufen ja ich hab keine schroffrinte dabei nehmt die waffen die schildorf such ihn mal spielst du schach ne dafür bin ich schlau genug wo bist du du kleine blöde ziege jamie rennt schon weg nein hat er glaube ich schon also vielleicht war das ja der mann hier ist hier noch ach der ist hier drin der muss bei dir sein spürst du es ach das war keiner ja ja ich war hoch weil ich dachte dass oben ich hab Angst hä 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 so macht tot aber alleine was bist du denn sturmbewehr ah jetzt kann ich gleich saufen ähm ah du bist neu hallo noah schönen grüß an noah ähm kann ich gleich wieder mitspielen ja später wenn wir kreativ modus spielen kannst du mitspielen wir haben gerade erst angefangen mit dem stream du bist in ranket mit bauendiamant hallo fishy gang kann ich gleich auch wieder mitmachen ja wenn wir im kreativ modus sind wir machen zwei runden auf jeden fall battle royale erste wir sind schon besetzt ja und dann gleich kommen neue täglich nicht wird auch zweitäglich müsste man auf jeden fall machen wegen ep die dritte ist nicht ganz so wichtig ach meine rückseite ähm gut wir nachher wieder team ähm wat für teams hallo mia hallo mandy wenn du online bist dann trio weißt du denn wann du online bist oh oh maschinenpistole ich sauf den jetzt und dann nehme ich die waffe mit squad äh wat äh achso ok um siebst nur bist du da ok ein bisschen gucken was habe ich jetzt eingesammelt meine scheiße äh was macht ihr für blödsinn ich komme bald ich hab noch was im trinken gefunden so achso spiel wie nachher squad äh ja nach der runde ist er auf gott das team ja der ist aber schon voll also der ist schon eine person auf der liste die da gleich reinkommt ich fahr mit dem auto hier stand irgendwas mit wasserbändigen hier steht wenn jemand mit wasser jemand getötet hat die machen leute mit wasser kaputt ist du darfst ja schienpistole hier ist große schild noch für dich ja ich bin fast wohl eigentlich ja egal dann bist du ganz voll da hinten fährt er einfach weg so stellen wir sind ob ich noch zug ein aber ich gehe mal zurück da woher gekommen sind da kommt man nicht immer ganz viel gegner noch an nach gut ich nehme ihn mit äh steht hier so warum ist mein screen so komisch macht auch flat screen was ist flat screen das ist nicht im fernseil hat so also heißt es nicht wo jetzt green was machst du da hinten ich gehe zurück was ist kommen wir immer noch recht viel lang gelaufen und hier ist so zwei so eine loop ich darf gleich mitspielen ja winfried nach der runde kommst du dann rein dann sind wir zu viert werden wir gerade angeschossen ich glaube ich werde angeschossen ok der ist tot warum sind immer nur so einzelne leute da tanzte jetzt mal wo ist jetzt mein auto hin ich will nicht laufen ähm da ich dann auch in der nächsten runde mitmachen aua äh müssen wir gucken ob da platz ist das ist ein komisches Zeug ich hole ihr das ist noch 35 leute ist ihm noch 35 leute brauche die leute ich hole dir da was ist denn da was ist denn da Spiel ist wieder auf OG-Account, hast du mehrere Accounts? Wann gehst du mal live? Meistens sind wir eigentlich um 17 Uhr live oder so ungefähr. 17, 18 Uhr im Normalfall. Ist halt aber immer unterschiedlich. Also welche Uhrzeit genau? Kann sein wie heute mal 16 Uhr oder halt 18 Uhr. Auf jeden Fall sind wir abends da. Weiß wer mein Lieblings-Streamer ist. Drachenlord. Schau mal vor, Bibi macht Livestreams. Hallo, Juni. Hallo, welcher Alkohol? Wo warst du? Warst du gestern nicht da? Sind heute eine Brücke oder bei der Brücke? Stimmt, leben wir noch 33 Leute, da habe ich eine Schrotflinteige nicht in der Hand. Ich habe sowas nicht. Äh, Lukas PS, was? Baum? Ach so, ich wollte unten schießen. Bleib hier oben stehen, wahrscheinlich wegen der Zona. Ach so, ich habe dir mein Bot gekauft. Oh. Aber deine trifft mich. Auch wer ist da und Jamie? Das ist ja so. Jamie. Wegen der Zona und ich will ja nicht nach unten gehen eigentlich. Was macht ihr da hinten? Nein. Oh, der hat sich voll gedingstet. Mit Saft. Ich sterbe. Nein doch nicht. Da, ein Tore von drei Seiten, das ist scheiße. Ich habe versucht zu treffen. Ey, da ist einer down. Ich bin jetzt noch da. Aber du hast ja auch ein Bot. Why down? Ja, du schaffst das. Denk an Sefer, du musst das für seine Kronensäge machen. Hä, wer wie? Forever was? Er ist direkt bei dir irgendwo. Äh, ach da hinter mir. Das glaube ich. Mann, ich sehe nichts. Meine Güte sind jetzt alle weg. Warte, das Zeug fliegt weg. Was bist du denn? Dich nehme ich mal mit. Komm, bleib mal stehen. Bleibs jetzt stehen. Warte, warte, warte. Oh, die Scheiße ist in meinem Bild. Gestern, ja, gestern. Gestern warst du nicht da. Es ist dieses Fortnite. Ja. Der dich gekillt hat, hat die neue Fähigkeit. Hallo, moin. Du musst gleich zum Training. Bin Findelberg. Wie findest du das Avatar-Update? Das Wasser finde ich an sich cool. Aber ich habe damit bis jetzt noch niemanden umgebracht. Mann, warum liegt hier alles auf dem Haufen? Ich will die Scheiße. Da ist ein Strudel. Den gucke ich mir mal an. Der ist voll. Okay, ich nehme den Strudel mit. Hier ist so ein goldes Medaillon. Ich weiß nicht, ob ich das kriege, weil hier ist Aspekte. Oder komm, vorwicht. Soll ich mich am Arsch lecken, Mann. Ich glaube, ich habe einen Medaillon. Ich weiß es aber nicht. Nee, Hilfe. Ich habe Flowberry Strudel mitgenommen. Und lass mich in Ruhe. Hilfe. Weiterbauen? Was musst du denn weiterbauen? Äh. Was stehen da? Ich will wie ein Fortnite nur streams oder auch privat. Matthias ist auf jeden Fall privat den ganzen Tag am zocken. Ich mache da privat nur bauen, weil... Das bringt so oder so nix, weil ich die ganze Zeit eingeladen werde. Und ich spiele auch so im Stream schon viel. Aber privat bin ich allgemein. Habe ich nicht so viel Zeit zum zocken. Ähm. Hallo Dylan. Äh, hallo Celine. Ah, Jamie macht nachts noch einen Platz. Okidoki. Der lebe, der beweist, dass dezente Lethargy cool sein kann. Das Lethargy nicht Lese schwäche oder so. Ähm. Hier ist ein großes Schild noch. Ah ja, das könnte ich auch nehmen. Wo ist Jamie eigentlich? Jamie muss... Ich muss ihn einseifen. Wenn mal stehen, wir saufen jetzt. Äh. Wenn wir mögen, wenn ich mag, kann wir heute. Wenn du Zeit hast oder Lust, kannst du noch reinkommen. Wir müssen noch zwei Runden machen. Da unten laufen, weil ich ja. Also... Wer kommt noch gleich rein? Hallo Elite Latch Gaming. Ja, so Moinig hat auch gefragt. Den einen auf den Anfang hast du schon. Random. Random. Hallo Randoms Insta. Ja, dann kann gleich noch Moinig rein, weil du musst danach zum Training. Und... Und der Winfried. Das schickt doch mal der Anfrage. Dann kann ich dich schon mal annehmen. Fehlt was. Ja, Moinig und Winfried kann dann gleich rein, weil da muss er dann zum... Training. Das ist ein Fortnite-Training. Ey, ich bin... Ah, das ist hier doof. Ach, wir sind zu dritt. Ich habe keinen langen Guckersleben. Noch zwölf Leute. Wir müssen uns anstrengen. Also ich. Ja, hier unten welche. Die sind einigermaßen gut. Ja, ich auf jeden Fall nicht. Einer down. Die Schildblase kann niemand schießen. Ey. Also können wir uns da sicher... Nein, was? Wo, 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 wo? Weiß ich nicht. Ich bin einfach tot. Ich bin ganz voll. Mann, immer diese Scheiße, ne? Warte mal, ich probiere dich mal wieder zu leben. Einfach schon die 2K, K, K, K. Genau, 2K geknackt. Naja, 2000 süße kleine Kinder. Oh, die nehmen wir wieder. Mit ihren... Ey, da laufen Fußspuren. Ich habe mir das mal kaputt. Ich weiß nicht, was ich tun sollte. Da hat jemand eine Wasserbändigkeit. Ich sehe auf die Waffe überhaupt. Ich habe ein Scheiße hier. Ja, ja, ja. Ja, immer nachladen. Oh mein Gott. Ich habe mal irgendwie gefehlen, wieder zu beleben. Warte, mach dich auch an. Es geht ganz schnell. Es geht doppelt so schnell. Vielleicht... Geh nicht weg, geh nicht weg, vielleicht... Oh, vielleicht hat er was Tolles gehabt, du blöde Ziege. Der rennt da hin und will ihn wieder beleben. Ich halte mich vor nebenbei. Mann, warum muss ich die Scheiße immer nachladen, wenn ich hier... Nein, der heilt ihn und ich kann nicht runterspringen. Mann, mach jetzt auf. Hey, hier gibt es ein Medikit. Brauchst du das? Ne. Ich probiere es einfach. Ja, mach. Inna down. Why down? Ja. Sind alle tot. Ja, ja, ja. Kannst du Jamies Karte holen? Ich weiß nicht mal, wo da steckt. Ach, da? Ich komme da nicht runter. Warte, 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 ich hole die noch. Wenn ich jetzt springe, dann bin ich einfach tot. Weil sie mir mal da runterkommt. Ach, Mann. Ich nehme das mit. Das kann man nicht wenigstens durchgucken. Noch zehn Leute am Leben. Hallihallo, hallo. Nevio, hallo Iraker. Jamie geht schon. Du hast heute einen Kronsick mit einem Fünfjährigen geholt. Was ist denn? Hallo, Jan. Ist so Jamies raus oder was? Äh, weiß er nicht. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt wiederbeleben soll. Ich mach einfach mal noch. Ist da ja drin, ne? Ja. Sonst ist er Deko und kann die anderen ablenken. Alles Scheiße hier. Sollen wir auf die Insel hochgehen? Jaja. Na gut. Kann ich meinen in der Mitte. Na. Komm, mach auf. Vielleicht kommt hier nicht ein Mensch. So. Heute wieder kreativ. Ein Jahr später. Halbe Stunde oder so ungefähr. Du hast ein Foto von mir gemacht. Hängst es dir an die Wand. Kann ich mitspielen? Im Kreativmodus könnt ihr mitspielen. Hallo, Tyler. Wegen Wasser. Wenn du wie im Sprachschritt geht wieder. Du brauch kein Ebay mehr. Äh. Du musst auch bald Training. So. Du bist echt hübsch. Dankeschön, Elli. Ich hab das Gefühl, ich kann nicht reden. Darf ich in der übernächsten Runde mitspielen? Ich guck mal, ob da Platz ist und wer da noch da ist. Ey, ist ein Adlauge. Du willst keine Adlauge, ne? Ne. Nimm das mal mit. Maschinenfistole. Ja, immer im Nachlan bist du trans. Nein. Wie lange dauert das? Äh. Keine Ahnung. Halbe Stunde oder so. Wie findest du Ostdeutschland sagen was? Also ich fand das cool. Mir hat das Spaß gemacht. Warte, Nachlan. Die Medaillentypen. Weiß nicht. Habe ich nicht mehr Medaillen. Ja. Ich hab glaube ich eine. Ja. Du auch. Stimmt. Ich hab noch eine. Wie lange kämpfen die da im Haus. Ja. Bist du fertig da? Nö. Wollen wir neue Waffen? Lass. 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 Wie lange dauert es das ich mitspielen kann? Ich würde sagen ungefähr halbe Stunde oder so noch. Dann fang kreativ an. Und sie jetzt eigentlich hin. Hier ist auch eine Wand. Verstehst nicht. Da bist du. Naja. Die gegenüber auf Berg vertritt Oh nein. Wir sindolas. Fangen mit den Sternen erstmal. Mann. es ist das lebt ein solo lebt aber noch irgendwo ja die zielen auf uns ja dann lassen wir stehen beim ersten holen wir uns den sohn und freuen uns mit ihnen an gleich sofort net genau wie hier auf youtube mein name er steht hier oben ich hab geguckt präsentieren sie nicht ruft ihr nicht gucken links links ich sehe die snap hier drauf nicht gucken wir machen wollen schon das problem sie haben nichts dabei keine heilung oder sonst was es ist richtig doof es schneit oder so sagen wir haben ja den gleichen skin wo ist denn der andere solo kann er nicht herkommen er ist gerade gestorben sind nur noch vier da das kann doch nicht sein ich kann das wir gegen die drei wir können weggehen wir müssen auch für die mann wo andere gehen das trägt ich rennen ich kann das nicht rennen hier von hinten du musst ja nicht kann das nicht darf die wand nicht berühren oder kann man da schon durchlaufen ich dachte man kann da schon in die zone reinlaufen da bin ich jetzt auch dann guckt man diese kleinen blöden ziehen man kann nichts machen ich hab keine energie mehr wenn das schrot finde ich hab gar nichts hallo blöde ziehen so wir sind vorne du bist echt scheiß und vorne okay so die zwei leute sind drin können wir direkt breit machen und jetzt wieder neue dinge gekauft kann ich mitspielen möchtest du unbedingt in bachelor royal oder reicht auch kreativ modus ist das für ein mensch hallo nicole hoffentlich habe ich den jetzt nicht in meiner liste dir ist das egal okay doof wir fangen bald kreativ muss an dann kannst du damit spielen weil so viel platz habe ich ihn nicht im bettel royal aber ich würde sagen zwei runden noch wegen tägliche gut ja leon dann kannst du der nächsten runde einmal mitmachen bettel royal das video dass er die geschickt hat so gestern ja das habe ich schon gesehen ich wollte gar nicht mehr was davor du hast gelacht dann war es gut leon leon was sind hier für nachrichten unter 10 test leon leon wie ist denn dein name hier in ordnheit schön groß an joel dylan muss wieder gehen okidoki tschüss dylan nimmt das hier mal gucken kanal aktivität ach lion pro heißt ja ähm bedanken lion du kannst schon mal weiteres anfrage schicken dann kann ich dich schon mal rein nehmen man geht ja ich mag die er können nicht die aber steigen schon auch mitmachen also die und schau hat übernicht ohne noch besser weil wer ist nicht so und ich weiß ja doch ja wenn der da ist da welche alkohol ich weiß nicht ob er schon da ist also dann kannst du über den bieten kannst du übernächste runde theoretisch noch mitmachen ja und dann war es das mit der wunschliste moin hallo oscar der ist gerade weg wer ist weg hast du einen mann ja ist gerade weg als du mein fußball grüßen er ist fußball nicht vergessen ein creator code einzutragen genau creator code rosalie leon leon ist weg wo ist denn der warte steht heute was hier sind nie welche menschen ein bot auf jeden fall kann ich bei battle royale mit machen heute glaube ich nicht mehr weil es nicht so viel platz so lange machen wir nicht mehr und die wollen sind schon vergeben eigentlich nach der runde kreativ ich glaube wir machen noch ungefähr zwei runden oder so und dann kreativ die und noch eine sehr gut weil man hier ist auch noch genau aufgaben ich bin erst level 160 braucht noch ein bisschen ich gehe mal kurz schwimmen für die aufgabe stimmt das museum machen was machen die da hinten die geister war nicht obwohl du zwei pinguine gegessen hast du hast wahrscheinlich auch noch nicht gemerkt dass die da waren ja doch die tür aufgemacht und wieder zugemacht damit es nicht auffällt dass sie da war aus respekt was für respekt bei der pinguine gegessen hat wir haben sich sagen dass ich mich lieber mich an wenn wir stehen irgendwie immer noch auf die 1 nähe warum lügend ja noch um und schon jetzt habe ich ihn gehauen da fährt er erst mal rolle atme auge haben kann die war übrigens gerade ein mensch will keine pump kann weiß ob ihr eine waffe gehört ich glaube jetzt einfach bin voll steckst du da bist du ach ja genau machen darf ich was sagen ja aber schreibt wer mitspielen will ihr könnt das später machen ungefähr eine halbe stunde wenn wir kreativ modus spielen weil gerade ist noch kein platz da bist du ja ob drei küls hat moni gesagt ach so ach so ich bin da oder ich habe dir das angenommen es ist gar nicht mehr ich setze mich jetzt hier drauf da ich fordere die haben angst weil du pinguin gegessen hast mögen wir nur skins je nachdem wie nett sie sind mit geballert lichter die wollen unter schießen er hatte ich lassen warum habe ich jetzt mit punkten in der hand nämlich die man mit explodieren einfach wo ist die strotflinte in echt dich mit hey hier sind füße ach so er alle alarm diesen skin hier schrotflinte richtig haben ich weiß es nicht mehr dort siehst nicht so voll aus gut ich bin zufrieden hallo hallo isa hallo lumix alle abonnieren genau matthias die kreis wieder in ja es machte immer ja du hast ein screenshot auf deinem ding und dann steht also drei andere leute wir jeder von uns hat drei kids und der fach 28 kann man als solo gegen vierer kämpfen warum machst du das nicht ja muss nur ein gutes team dabei sein dass schon keine chance mehr darf ich mitspielen später im kreativen modus kannst du mitspielen wenn er platz ist es war die horrorpuppe hast du eine horrorpuppe manche menschen sammeln ja sowas ist nicht ich sehe mit einer sieb nein das ist ein bug ach so weit wird geschaffen kein cookie ich habe doch ein cookie kommst du rein und so rein und so es ist so schwer ne meine güte hallo junge hübsche rieft für arme hallo kennt man nicht was ist kreativ modus diese anderen spiele hier vorne so rot gegen blau zum beispiel der mörder mystery also custom games halt einfach kann ich mit euch kreativ spielen ja kannst du machen ein platz ist auf jeden fall da oder ein bisschen noch deine mutter eine alte aussie puppe gruselig aus warum habt ihr sowas macht das weg macht die lauf wahrscheinlich dann nachts rum und macht die da die tür auf ach mit ihm hast du gestern das bad geputzt was steht hier noch gott alka stirbt jetzt sind hier aber auch einer noch da bleibt gerade wieder da du schaffst das lauf dahin ich habe angst ich habe angst man wenn matthias tot ist dann sind wir im arsch und dann der falken auch noch das geht so nicht jetzt kommt da will mich finischen habe ich ja schuld sind habe ich ja in der hand näher habe ich nicht wenn wir bitte stehen komm ab mit leid bin armut unschuldig bleibt doch stehen ich bin hier ja der hat eine komische kette und haut damit drauf halleluja ist er tot oder so ne ja ja da hat man sagen wieder beliebt scheiß ich muss aber lebst du ja ich muss erst aber man wir haben noch eine minute ich gehe zu dem auto da schnell dann könnte vielleicht noch euer zeug einsammeln bild rot versus blau okay hier ist ein bot für später muskelkarte vielleicht kann ihnen gleich kaufen so hallo günther hallo google 1 1 machen wahrscheinlich nicht ich habe eine frau ich auch hast du schon maxi king ausprobierten den und nicht aber die ganzen waffen nach dass es also die dingsbums wo sie noch jemand machen wenn ich gleich bin schön groß an emilia so mit dem bot nicht gekauft sind wir im sturm drin wir wollen dich einkaufen ich bin nicht im auto wir werden sterben matthias cool dankeschön seine bananen guckt einfach aus dem auto raus kann mein freund vorige mit battle royale spielen das ist ein freund jetzt gleich warte ist schon drin wenn du liebst es schon drin jetzt gleich geht das nicht weil es schon eine vierte passt ach nee warte sind jetzt ich kann nicht rechnen sie sind ja genau doch wenn nein nein geht doch nicht kann ich rechnen diesen mensch ich das geht nicht genau doch so also es ist schon eine dritte person drin für die nächste runde also es kann nur einer von euch beiden gleich mitmachen warum stecke ich jetzt im auto drin was ist der plan eben noch 16 leute noch ein dauernd als so ich sollte übrigens mal etwas neidisch sollte mal schild und heilung hier ein nehmt auch das was vielleicht hat der was dabei ja ganz ich kann ich markieren ganz hinten bei den bäumen oder so das leben noch 13 leute oder so wer ist das adresse also ich fang macht dich heile wenn du werde geht's gut neben schild und so muss sie töten schönen grüß an leon einer post ja ich bin tot martina du kannst mir freundschaftsanfrage schicken steht hier so ich bin ja wieder dann schlecht aufhören schön groß günther ja dann müssen wir uns anstrengen sehen wir noch gleich insel gehen und dann neu halt ja nee du blöde ziege du lass das sein ich schlag dich kaputt ich schlag in den anus nein bis es kommt das nächste team man du bist der einzige überlebende geh einfach weg oder snap die vom berg aus macht sie alle einfach das leben noch acht leute also entscheidet mich kann ich auf jeden fall ein team und ein paar vereinzelte morning hat eine karte aber der ist doch dauernd ja ich sind vorne halt genau wie auf youtube was sind deine lieblingschips ganz normale und garisch eigentlich was steht hier halloweddy penguin kennst du brawl stars kenne ich habe ich aber nie gespielt aua du kriegst aua du kriegst aua Orth Conseller befest du bist also eins die alle machine gegen eins die k глаза aufheibles Grey raus und dann hast du noch der eine ist das schon hier drinnen ja das ist gerade gar nicht auf der ja das kann ich online leon mit rein wollte ich sehe aus wie deine freundin vielleicht bin ich ja deine freundin warte das leon man steht hier noch du bist neu hallo fink schön dass du da bist auch der böse ist so wie viele runden machen wir jetzt wie viel brauchst du noch wenn ich jetzt die tägliche schaffe nur noch die okay du ab und hier ist nicht so wichtig schön grüß an tags irgendwas wollte ich hier noch lesen sollte ich nina nina nimmst du anfrage an wenn ich schicke ja wahrscheinlich du bist von gestern laha hallo laha schön groß an achmad wie viele runden spielt er noch 12 je nachdem ob die aufgabe schafft was die erste machen eigentlich dann können wir da lanzen und wie alt bist du 22 du gehst ins kino was guckst du welchen film wir gehen auch samstag wie ist das schöne augen zu haben weiß nicht sagt wo es mir ein spaß schön groß an 9 in 21 minuten muss 9 gehen seinem fußball hat mich bedankt du kommst nach den ferien ja ist kein problem chantal im märchen wenn ich lila oder rot und wir müssen dann wegen aufgabe oder ich auf jeden fall du spielst heute den cash cup oder ist das lama wollte aber du musst jetzt gehen okidoki tschüss martina wie lange bist du live wahrscheinlich bis ungefähr 21 uhr kommen geht schneller runter kannst du mich grüßen schön groß an fancy freaks rechts landen auch menschen hallo ronaldo wir sind auf der anderen seite menschen kinder kinder hat für kinder hinter tinder ja wo ist mein stau sogar heißt saugstauber bis zum morgen live er hast du schießt ins nähe ich nicht hast du welche ich ja ich nicht das heißt für deine aufgabe bist du ich nicht die flur kommst du morgen live wahrscheinlich auch wieder so um 16 oder so ja genau ich brauche noch schild und sonst so gut ach so schönen grüß an kiano und max das will ich nicht du musst jetzt ins kino okidoki viel spaß der schlägt mich schon wieder ach du hast einen großen markiert ich werde gewoxt warum seid ihr alle schon so voll mit schild komm ich da jetzt so so wie sind wir jetzt ein bot ist das schon gekauft hat und bist du gekauft der kann man glaube ich nicht ach warum nicht aber der läuft doch uns so hinterher ey du 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 hallo ja mal doch so ab da ja ja wie jetzt sollte die andere richtung ist ja doof hallo ja da kommt der wochen stadtplan hier die mann gefordert der gewerb stauben werbe ich wenn ich mich hier in stelle die meckere duty das aufgetragen ja was soll ist drin und die kommen die den angefordert haben ich bin ein bauer ich darf dann auch explodiert alleine hat schreitst du hast du schon geld verdienen mit einem creator code ja vier euro nämlich das nehme ich das mit du süßer wort was guckst du mich und gibt mir die waffe die scheiße um zum menschen zu nerven wie sehr würde ich dich support möchte ein creator code eingebe mit allem was du kaufst verdiene ich 40 prozent also fast die hälfte je nachdem wie viele menschen das nutzen das schon viel und selbst wenn nicht ihr habt ja da keinen nachteil von sondern nur die person die wir von der creator code ist die hat halt bekommt etwas dafür aber euch schadet das auf jeden fall nicht jetzt halt immer noch den gleichen preis einer kommt hier macht tot muss doch töten für eine aufgabe ja 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 und ab dass lohn dort ab jetzt was mit dem auf dem berg sind siegen der macht mich tot gehst du auf ihn drauf ja ja kommt von da unten aber es soll der nächste red auf den berg los und der antworten blitz ich bin tot ich bin dauerlich alle hallo anita hallo karina du machst mein creator in dein item shop dankeschön fischi du hast ja vor kurzem bier wachs gold tracks ist ein ein meinen dankeschön klappi hast du earnings ich weiß ich wartet ist habe ich das ach robin heißt ja immer noch naja muss man machen hallo zählen ich bin groß an alexander kannst du kastenrunde machen so ungefähr mache ich bald haben 16 leute oder sogar ein so eine große grunde darf ich noch nicht machen das leben noch 38 leute warum ist das so scheiße hier man es war noch viel zu viele leute da hast du deine aufgabe fertig geld in diesem spiel ok ja habe ich nicht so wie dann schon in kreativ rein oder willst du noch battle royale kannst du einen plan was du spielen möchtest in kreativ so wir gehen dann jetzt in kreativ rein für mitspielen will sagt mal was ihr spielen wollt weil es gibt ja verschiedene modus ist ja nur 16 plätze frei dann nehmen wir verschiedene modus heute wieder rein das können wir mal testen ok dann lass mal lieber starten und dann ja ja genau gute idee der mörder müsse können wir gegen ende wieder machen weil da können ja nur zwölf leute rein nöch im kochner mörder mit ganz vielen leuten das nie endet hast du frei oder warum heute so früh live ist es schon 17 uhr ist es öffentlich aber wir das geht auch so also streams auf twitch im moment nicht ich habe mir count ich habe da vorher immer gestreamt irgendwann wenn ich mehr zeit oder geld oder sonst was habe will ich da auch wieder stream aber andere spiele die nicht für kleine kinder geeignet sind so ein paar horrorspiele also willst du gar nicht auf youtube machen was willst du andere spiele gar nicht auf youtube machen oder wie horrorspiele auf jeden fall nicht weil das geht gar nicht gleich kann schlecht outlast hier spielen wenn die meisten wegen vorne das und dann die auch mit den accounts mit ihren eltern oder oma da sind die dürfen das ja gar nicht gucken ja das hat ihr problem ja aber das bringt mir nichts ich kann ja schlecht fort und dann kann ich euch länger zu zuschauen schauen wird das man kann es dem folgen der ist doch in und wieder aber an den trotzdem folgen ihr könnt gleich rein also nicht dass wir die öffentlich ich kenne die leute aber alle gar nicht das normale lobby das sind glaube ich nicht deutsche menschen das sind irgendwelche wende bis jetzt da hat wahrscheinlich auch öffentlich gemacht was creator code eingegeben dankeschön robert bist du sie sein bleibt stehen du bist süß bleibst du stehen glaube ich aber hier ist ein süßer prozeit und kann ich start drücken mein gott geht weg mit euren einladung ich kann es nicht start drücken alter am laufen beim laufenden band kommt in eine einladung rennen und ich kann so nicht start drücken ich hab doch was einmal kurz start und da geht das glaube ich ne da drücke ich einmal kurz einladung an man so so okay sind wir da spieler bräuchst du meinst bali bali wer von euch heißt rein zufällig max rein hier gibt es auch immer ganz viele maxes du möchtest mit spielen ja gleich ein bisschen reinladen und dann können wir gucken ob ihr warum sind jetzt schon so viele leute im hintergrund sehr so viele menschen im hintergrund naja und wenn ich so groß wie wollte dann sagst du nicht mal rift für arme dann bin ich rift für reich weiß gar nicht wie groß der ist als 80 oder so so groß werde ich auf jeden fall nicht mehr ja aber mit youtube mach ich dann wenn dann wahrscheinlich hier auch nur wenn ich andere spiele mache dann auch nur spiele wonach die überhaupt gefragt haben und halt auch was für kinder geeignet ist weil die dürfen das halt nicht gucken oder wenn sie das machen keine ahnung ist halt auch blöd hier dann einfach auflass oder sonstwas reinzuschmeißen weil sehr viele sind halt acht oder so egal die zehn jahre unterschied ja ja die dürfen das halt einfach nicht dann kriegen sie Ärger von ihren älter oder sonstwas da war ja bei bioshock der eine neunjährige bei der hat die mutter gesagt die darf das nicht gucken deswegen auf twitch habe ich ja niemanden dann kann ich da meine horrorspiele machen für leute die alt genug sind warum stehst du hier oben rum du hast ein abo gemacht kennt man nicht vor denn hier auf youtube du bist doch schon den ganzen tag da oder sind wir jetzt hier kann ich jetzt leute annehmen ja ja jetzt ok hier muss man so mit gold und waffen verdienen und so geht es hier alles anders ja hier war glaube ich gut hat man das sicher dass man weg das kann weg in dem war beitritts anfragen leo tut das nicht an hat die runde schon angefangen oder müssen wir irgendwo hingehen ja angefangen ach so bin ich hier gerade mit meinem team oder so oh nein redemimes ist wieder mit dem team deine eltern kommen mit dir film ab 18 obwohl du 13 bist ja das geht ja noch mit 13 ist man schon alt genug warte gibt es hier einen sniper ja hallo diana ich hatte mit 18 auch voll angst vor filme vor 18 weil ich mir nicht sicher war sicher war ob ich wirklich schon alt genug dafür bin also es ist ohne bauen ey sind wir in einem team wie viele menschen sind jetzt eigentlich hier drin 15 sind drin ok okidoki sind quasi voll also man geht jetzt hier lang und tötet menschen darf ich hier runter und das ist ohne bauen und der hat hier jetzt sachen hingebaut ähm darf ich dich adden ja 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 kann man mitmachen theoretisch noch ist ein platz frei glaube ich der kleine keck nach nach wie hat angefragt ja echt gut mir nicht angezeigt kannst du ihn annehmen einen kleinen keck bei mir ist das nicht angezeigt ich habe keine weitere anfrage ich glaube es war eine frau schaff an frage ach so wie heißt es in fortnite genau wie auf youtube hier mein name da steht ja irgendwo der erste war wo du sechs warst der erste horrorfilm als kind habe ich glaube ich auch auf das horrorfilm geguckt ach man kann ja hier auf den boden hin und hier trifft man sich ist ein schloss hier sind irgendwo menschen hallo das ist nun mein team hier muss ein gegner sein wo ist denn der haa du wer ist das limefro limefro macht uns alle tot unverschämt du bist schon seit 5 minuten im loading screen seid ihr nicht schon hier drin also so an sich ist die gruppe ja voll 1 2 3 4 5 6 7 8 ich sehe 8 leute ich glaube die gruppe ist eigentlich voll also ich glaube die meisten sind schon hier drin im spiel komm jetzt raus hör auf damit was ist das für eine scheiß waffe das kann nicht sein wie kann man mitmachen muss ich dich add in ja freundschaftsanfrage schicken dann beitrittsanfrage aber ist halt auch oft von voll musst du gucken wenn grad platz ist wohngewehr was möchte ich zum mitnehmen weil ich ein sniper mitnehmen ich kann ja nichts halten war keine punkte wie lange ist ich habe aktuell gemacht weg gelaufen ich habe da nochmal hingeschaut und brauchst von den anderen getötet beautiful kenne ich nicht ich weiß nicht wie lange da schon schwul ist wir müssen dann daraus kommen beautiful wir sind aber alle hier drin eigentlich die meisten also ich weiß nicht in was für eine lobby ihr dann steckt ich finde was möchte ich denn haben also die sturmgewehr na gut ohne ad man sucht namen ohne ad soviel ich weiß oder ist im bad ist im gegnerteam niemand drin außer der rote kann man sich wohl nachgucken scheiße nee warum mache ich jetzt ein schlagzeug sind hier nicht schon mehrere leute ja wir sind voll im gegnerteam sind sechs oder so und wir sind 368 aber also sind sie auch hier im spiel drin ja hier ist max der zerstörer wir sind dann die leute die in der lobby sind weil diese runde hier ist fast voll eigentlich und auf dem balkon und auf dem balkon das geht so nicht also wenn man mit fremden leuten sucht da können 20 rein aber wir können halt nicht suchen mit 20 leuten gib mir das her so kann ich mitspielen theoretisch aber es ist bisschen voll musst du gucken ob du reinkommen kannst manche kommen nicht rein wie lange streamst du schon also jetzt gerade eine stunde und allgemein drei jahre warte muss mich schützen rück mal start da ist beitrittsanfragen nimmst du es an anfrage an ne in fortnet mit ad ohne ad ich glaube nicht dass man irgendeinen namen da mit ad sucht da gibt es eigentlich keine sonderzeichen so das habe ich geschafft wo ist denn das sein weiter der in im 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 in im 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 siehst du das ja du bist in meiner runde kommst nicht rein ich glaube die lobby ist ja eigentlich auch voll also ein platz ist hier irgendwie frei ich weiß gar nicht wo ihr steckt wenn irgendwie in einer komischen lobby seid aber hier das spiel jetzt gerade ist er voll eigentlich so viel ich weiß sieht für mich voll aus wenn wir stehen bleibt stehen wer ist das ok die idee war scheiße ich weiß nicht welche waffe ich nehmen soll du bist so spät in der tat was gar nicht da matthias was ist mit matthias um bist du findest mich nicht ich bin hier dreimal oder so fertig ist man ja mich also ich dachte in einem team es ist ein nebel kann das nicht einsetzen warum kann ich den hier einsetzen ich kann keinen nebel einsetzen ich dachte das wäre was cooles warum ist das so weit weg haben wir das nicht mal gespielt no man's sky danke für das samt kein ding regina mir schön viel mühe gegeben mit 100 kronen sägen versucht ein schönes bild zu machen und bist du denn hier schenk mir 22 kills es ist drin ich dachte der ist also ich nicht und mein freund mitspielen theoretisch genommen aber ich glaube gerade ist es voll gerade kommt niemand rein aber wenn wieder platz ist oder so kann er mitmachen muss hier nachdenken du nehme ich dich vielleicht mal mit was ist das denn da ich möchte eine warum höre ich komische geräusche ich brauche eine gute waffe was sei ich nehme mal die ketten mit vielleicht kann ich aber niemanden nerven ey du hallo bist du süß oh der tötet mich wer ist überhaupt der wir wissen wer das ist du hast einen coolen modus mit zwei mit 23 leuten hast du neuen modus gefunden habe ich jetzt ich gehe mal los was ist das hier eigentlich drei eliminierungen hier ist ein schalter da kannst du gucken wie viele du schon getötet hast dass mich in rodo blitz siege den hüpfen immer runde habe eingetroffen man wissen wie die call of duty spielen die sind auch im schießen gut und allgemein alles wie die ballern es ist gruselig müssen auch voll krassen call of duty sein was kann man sich hier die schönes kauf was ist das sind alles dass du mich in roger schließt mich zu nab wird was ist blummel seo willst dass das wo ich gerade drin bin ja die krasse ist ja die länder puls sein und ich finde den so süß kommen wir aus pizza aus battle royale son modus musst du mal nennen oder so vielleicht können wir den nachher mal angucken ich gehe damit los nimm an leon was ist das beitrittsanfragen hauen immer einfach ab und verschämt im moment ist die gruppe voll wenn man stehen nein nur du du bist süß du bist süß nein mighty blue versus red regina kommt online du bist in meinem team jetzt kannst du mich nicht umbringen jetzt geht's ab jetzt geht's ab hier wenn du bist so süß ich will den vollseitungen haben als kuscheltier in xl als foto an meiner wand den würde ich auf ein t-shirt tragen ups entschuldigung ich habe ihn getreten was ist das denn hier hallo joshi der echte hallo aidan für mal mal genau kann man beitreten theoretisch aber gerade ist das voll die runde was ist denn das ich stehe doch nur da schon die bock könnte man gucken ob der noch irgendwie rein kommt dann bringe mich nicht immer um ich bin unschuldig ich gucke dich nur an du schießt auf mich die anderen bringen dich um mega red versus blue versus green versus purple das klingt nach meiner map so nenn ich sie auch red versus blue versus green versus purple versus gelb ja klingt auch interessant wie kann ich denn 300 schaden 303 schaden machen oder überlebt noch gibt sie auch so fähigkeiten davon erleben hat oder was das jr teleport wie halt irgendwie du möchtest nicht mal warten ja die gruppe ist fast voll irgendwie es kommt ja zu ihnen niemand rein der modus heißt ffa box voll gucken warum habe ich schon wieder hunger ich habe heute noch keine menschen gegessen ich bin blau auf jeden fall okay wie heißt in fordnet genau wie hier auf youtube und wenn du schaffst meinen namen richtig einzugehen kannst du nicht finde und darfst mich annehmen es pinguin genau nein ich habe mich nicht und die werde ich mir noch machen ich habe auch gerade geleckt hallo wo ist er hin du bist der lila poseidung wollen wir uns treffen ja ich möchte ein date mit dir wo ist er denn ich will in dieser lücke reingehen was ist das hier eigentlich ist noch ein loch auf aua lass mich in ruhe ich bin beschäftigt top blut im wendt und im wendt ach so ich sehe nur mich selbst vor der aua wer war das dem sie mann ich wollte nur in das loch hingehen ah was habe ich hier denn schönes kann ich gegrüßt werden schönen gruß an shan regine sagt milchschnitte wie lange bist du noch live weiß ich nicht wahrscheinlich bis ungefähr 21 uhr damit komme ich zum gegner team mit diesem loch nein higiene schreibt scheiß in dem chat wo ist der moderator kann ich dich annehmen da ist der marvel man marvel man wo ist marvel man leon ich glaube ich habe dich gerade angenommen ich bin immer mir schnitt zu nehmen ne da war ist sie irgendjemand irgendwo auch da eben loch man lass das jetzt mal sein und stehst du herum schreibt so auch scheiße im chat ich ne naja ich habe 30 günstig hier hat jetzt ein körper ihr trapporten kennt aber kam so wenig nicht naja ja der moderator ist pinguin holen genau wie heißt denn fortnights genau wie hier auf youtube theoretisch genommen kann ich mit übert royal spielen wenn dann gerade platz ist zu dem zeitpunkt wo ich da bin hallo können wir lobby das problem ist wir sind ja schon alle hier im spiel drin also wer ihnen dann lobby ist er kann so oder so nicht reden weil es hier gerade voll ist wie es noch was anderes außer fortnight auf youtube gerade nicht privat ja also habe ich vieles schon gespielt aber hier auf youtube erstmal nicht vielleicht auf twitch ich verfolge dich einfach und muss noch mein poseidon suchen wo bist du hin blöde ziege die hat hier in unserem loch gestinkt sind ja ich weiß ich habe sie von hinten erschossen lieber die rohre hier an ich gehe ins rote rohr habe ich verlaufen kann wir nie verlaufen wo ist mein poseidon da bist du bist so süß wie eine ziege glück wie süß er lächelt spielst du fifa nee habe ich noch nie gemacht ich wollte das mal angucken oder sollte das mal spielen mein bruder war ich glaube das spiel war zu riesig zum installieren habe ich noch nie gespielt aber weiß gar nicht wie das spaß machen würde montag montag was spielst du privat story games die ja story games habe ich schon sehr viele durchgespielt oder auch gestreamt also eigentlich alles also story games auf jeden fall horrorspiele action spiele oder so wie man das nennt ich glaube das einzige was ich nicht mag sind so extreme rätsel spiele das strategie spiele ich glaube ganz mag ich eigentlich hallo jessica aber spielst du auf konsole ob was legacy genau das muss ich auch noch durch spielen jahres ich habe das kurz angefangen genau solche spiele spiele ich auch hallo moritz war gar nicht so gut war warum war das nicht so gut also nacheinander macht schon viel dasselbe sagt euch bei den meisten spielen so aber so prinzipiell war das also weißt du ja ich habe es ein bisschen gespielt hallo moritz wer ist da mal im hintergrund matthias der matthias mein freund der wohnt hier für groß an ich wohne hier ich wohne nicht ich bin nur ich sitze nur ich bin ein brecher immer bei fremden leuten streamen wenn sie gerade arbeiten sind ist das hier kann ich hier hoch springt da ich jetzt rückwärts ins loch warum macht schrumpf eigentlich nicht one shot so und bin gefallen hallo kann er sich mal zeigen auf meinem profil gibt es ein bild von uns oder auch ein livestream und auf seinem kanal gibt es auch videos kann seine freundschaftsanfrage an mr unbekannt schicken du kannst mir freundschaftsanfrage schicken dann kann ich dich annehmen wo geht es aber wie es meistens noch gucken wenn wir uns andere spiel okidoki wir machen irgendwann halbe stunde oder so ich wechseln wie wieder den modus wahrscheinlich hier heißt ein account der matthias 117 matthias mit einem t auf meinem kanal ist aber auch überall verlinkt da kann man auch da drauf drücken wirst du hier gibt es im pool seite und auch noch in andere form ja ich glaube ich habe bis jetzt nur grün und lila gesehen ich will gelb haben mein freund hat ähnlichkeit mit max male erstatt denn wenn ich glaube ich will mal klingt wie so ein komischer mann musiker mich das ist das denn er sieht gar nicht aus wie du lässt auswählen psychopath ist das es ist ein fifa spieler der heiß maximilian matthias warte der instagram na gut ein bisschen die augen ja doch ihr habt die gleichen großen runden augen winter schicken wir mal bei whatsapp maximale kraft gar nicht mehr da zum beispiel kriegt ihr den einfach seine account ich habe bei instagram bild geschickt so ihr habt auch den gleichen bart vielleicht ja auch ja die gleichen augen so groß und runde kraft um 19 u 10 meiner folgungsanfrage annehmen ja wann wechseln wir ungefähr halbe stunde oder so würde ich sagen hallo maria wenn ich glaube ich frei ist kannst du mich einladen ja wenn da platz ist kann ich dich versuchen einzunehmen anzunehmen hallo lewin lewin volks auf insta zurück kommt drauf an wer mich folgt aber vielen folge zurück wenn er was auch da kommt er nur von außen hin so ich stelle mich hier hin wir sind jetzt eine stehe armee wo seine gibt es lila blau und grange gibt es nicht auch in grün ich habe in der zeit wo du angefangen hat mein stream zu schauen 700 abos gemacht ja ich habe sehr viele abos gemacht satten da ist aber auch der anderen raus oder so ob sie drin können wir skin contest irgendwann kann ich das mal machen was klingt schon ganz witzig aber noch kann ich das nicht machen aber ich noch mehr leute aber ich verlaufe mich hier immer wie spät ist es eigentlich ich habe irgendwie ob ich zumindest poseidon hier ist auch ein poseidon ich finde den so süß den kannst du mir als kuscheltier kaufen wenn es den jemand gibt da würde ich geld für ausgeben irgendetwas wollte ich machen naja hier ist ein pinguin du bist ein feind man leiden froh hallo lennox aber in welchen aber da hinten ist auch ein loch kann man da auch lange aber der ist sehr hoch verstehe nicht ich gehe mal hier hoch da bist du ja lass das sein wo wollen wir uns treffen gute frage warum ist es hier so scheiße kommen wir lang ich glaube wir lang hallo juliano ausrufezeichen insta bei mir funktioniert das nicht ich weiß nicht ob man das auf youtube überhaupt machen kann aber bis jetzt habe ich sowas auf jeden fall nicht hier ist batman ich habe angst vor ihm er ist nicht in meinem team ok was ist das wo sei denn hallo da wird immer gesnipt wenn ich gerade ankomme wann kriegst du dein lamborghini das dauert noch ich muss erst mal noch ein paar millionen mit dem creator code verdienen und dann kann ich den verlosen du bist du insta anfrage an mein instagram profil ist auf jeden fall nicht privat also eine anfrage kann ich da gar nicht annehmen teleportiert bin teleportiert auf einem kannst du mich sehen ich bin hierhin teleportiert ich werde abgeschossen ja ja jetzt ist die lobbe voll und unser geld einsagen mit creator codes genau nein lass mich in ruhe böser mensch kommt hier hoch tut mir nix auf komm nicht hoch jetzt nicht geschafft lennox ist hier der tut mir nix der macht mich nur an immer dieses mal wollen wir werbung für den creator code machen ja macht das tätowiert sie euch auf die haut aufs gesicht dann seid ihr so wie monte gesichtszettel sind cool besonders wenn mein name drauf steht mitspieler sind hier wo kann man das sehen ach so da steht ja links da ich glaube was ist denn das ist das bei mir pc dann kriege ich nix mit fallen los nach färbung gemacht läuft im fernsehen läuft werbung für mich wer oder was ist sie die ganze zeit von lobby muss matthias entscheiden er ist der herrscher was bekommen wir dafür ich bin der herrscher gehört ihr noch gar nichts sie dürfte mit mir reden ja tag und nacht ja der ist voll gegen die wand gelaufen eins in den chat ben ihr atmet eine eine ich bin der mörder nein ich bin der märkte ich bin der märkte ich bin der ganze vorseidung gängen machen warum machst du drei ab ist du nicht zwei personen atmen auf jeden fall das ist gut was bist du denn der war schön das war schön der jahr der jahr der gemeint ist ich gehe noch sagt sieben a matthias haben schäden nachdenken san aber doch nicht er hat mich einfach so oft dass er sich aktiviert du da du haupte aua die sind alle so böse ne das hier einfach schlimmer als call of duty wie die spielen stimmt so dass alles anwes spieler oder so mein gott die existieren wirklich deshalb sterbe ich die ganze zeit wie alt bist du 25 und ihr hallo leo gott war das schlecht was eine katze ich wollte vor dem schwert abgeschossen und schwert ja es gibt so ein schwert erschießen können dass hier wieder nach aus hier ein quiz steht matthias a ja b a c b oder d c hallo leon was er wollte ja nach dem schwert gucken da gibt sie diesen komischen fisch 18 sachen gibt es tungewehr schienfistole kapierer schwertig nicht ich sehe nicht mal ein schwert das kannst du kaufen für 650 hier ist ein weihnachtsbaum gold atom ist das mit gesperrt es macht aber nicht wollen hätten wo steht mein geld eigentlich von der schwert abgeschossen hat der schwert aber ich sehe ist nicht ich bist du wert dafür ich glaube ich habe nur 80 gold so eine scheiße kann sich laufen bei den knie gebrochen ist warum denn das und sollst du damit gemacht da ich möchte mir jetzt langweilig du kannst versuchen beitrittsanfrage zu schicken aber ich weiß nicht ob das funktioniert ansonsten geben wir später wieder ein lobby und machen dann neue spiel haben wir einen besonderen fetisch wir nicht ja fühlte und er dann im schätze deine viel zu jung dafür hey hoff da zu stehen hast du nicht weg zu rennen ich finde dich das war oscar ach so ja ja ich hab die wache schon hier beim fußball und ein knie gebrochen ist ja schrecklich höre auf ich ach man nicht schneiden auf dem schwertig nichts schneiden ich habe ihn umgebracht aber es war nicht ich kann ich mitspielen theoretisch aber zu zeit ist die lobby voll von mir können wir aber gleich lobby was anderes machen ja ja trotz das blau simobild die karte völlig zu klein ja hallo kuse kuse sebastian lebt mich ist sobald eigentlich auf wieso ich habe hunger hallo hallo og king paul ach so hast du schon gelöscht hallo levin ja speck es wird wir gucken mal ob du gleich reinkommen kannst du zur beitrittsanfrage schicken mega mega das können wir ausprobieren hallo ja beschrieben doch die seite die 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 lobby ist ja hier mit bei ich glaube ja genau der da in dem mann muss der war wasser der ist glaube ich dann sollte das mal rein machen das kondome mit geschmack ja mein stream weiß ich was koppel den 24 ja dann passt das ja perfekt ja aber wir können ja trotzdem mit 16 reingehen immer noch keine ahnung ist ein freund mord war ja ich mache jetzt die regel ist wieder da guck mal sebastian liebt dich auch oder schlecht schlägt auf jeden fall im vergleich zu den ganzen kindern hier so so hier noch einmal rein und wenn die wieder wechseln wieder gewünscht worden ja dann macht neue lobby auf und gehen wieder rein spiel ist auch sims 4 ich habe es mal versucht aber ich es war mir zu anstrengend dann habe ich dann habe ich wollte da gespielt laden mal den extra mag der freund wird wie kürzt ja haben wir schon händchen gehalten das ist einfach scheiße es ist nicht mal nach buchstaben sortieren können wenigstens nach buchstaben sortieren das nachgleichs sortiert ist einfach dumm schreibt in den beschwerde brief warum finde ich den nicht mal guckam oder wo bist du ja schon 15 weitere anfragen ich kann es auch suchen vielleicht ich kann es auch suchen vielleicht auch so die stadt gehen soll ich eine lösung schicken wir machen mal so ist findet er das auch schon bestimmt oder es gibt da wieder ganz viel verschiedene hast du ihn gefunden ja noch nicht wart auf seine einladung gibt also ich sehe hier hat vier verschiedene weiß es halt nicht ob da wieder alles gut ist ein schlecht wobei das eine spiel 1,6 k die anderen modus spiel nur zwölf oder so da ist das richtige wird so ich glaube er kommt jetzt rein ja dann lass mal bereit drücken auch siehst du es bewegt ich bin ihre ich möchte mir das schon mal ab falls du das noch mal spielen und alle wieder wechseln als favorit ja meine zähne sind wie die sterne leuchtend gelbe genossen weit auseinander aus ich so aus wie weefd musste weefd fragen schreibt hier nach ich bei instagram fragt sie vielleicht antwortet sie ist erkrank du hast nie mitspielen des problems ist ja nicht so viel platz drin noch können wir halt noch keine größeren gruppen machen wie ist überhaupt dein name camino dein vorn entnahme ach du bist janin okidoki ich werde schaden ich sterbe guck mir mal kurz hier an wow ist aber schön groß ja das sieht hübsch aus ich nehme jetzt mal die leute an und versuche dass es funktioniert ja ja topsia ist einfach tampon bist du mit wii verwandt weise nicht tampon beitrittsanfragen i am froh hallo daniel äh warum dh wenn ja kannst du mal beitrittsanfrage schicken dann kann ich dich annehmen ähm wir essen dann noch tamino wenn du mich hören kannst kannst du auch anfrage schicken wie heißt du noch mal wie heißt du noch mal wie heißt du in vorn hat genau wie auf youtube mein name in wen wollte ich jetzt gerade annehmen ach so dh punkte ist ja jeder ist in grün du kannst du mich hören im live stream ja im spiel nicht wenn ja ist schon drin so was macht er da macht alles kaputt da ist janin da bist du ja ich habe ja auch noch freundschaftsanfragen ich bin einfach so viel zeug hier nicht angezeigt ein poseidon ist vor mir gespawnt hallo ähm elf leute sind drin das ist unser haus unverschämt giuliano ist die banane ich versuche noch komm drück drauf so äh ich habe dich angenommen leon aber ich glaube das dauert immer ein bisschen bis ihr das angezeigt wird aua ja alle böse hier hier sind zwei poseidons aua ey das sind die bauen häuser und snipen von da um so mal gucken a creeper a 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 jetzt kann ich anfangen jetzt muss ich mir tolle wochen suchen fertig heilung hier die gehen immer in mein haus renn gerald geiger ist heißt michael vorige geist auf ok ok tschüss vorige können wir treffen von meiner base urte hey wer bist du denn so sven hier weiß ich nicht gestorben sind die waffen akzeptabel kannst du mich einladen weil du findest mich nicht bist du schon in meiner freundes liste drauf celestino das sind jetzt vier teams gegen viel welche farbe ich bin grün das leck bei mir jetzt nicht mehr du bist mit regina drin so hallo du ich weiß nicht wer das ist aber es sucht mich immer und tötet mich nicht die jugend muss sport machen und nicht am pc sitzen hier verdammt ja man wird so richtig so wenn man am pc so sachen macht und so das ist schlecht fürs gehirn so matte oder weiß ich nicht was für eine scheiße diese ganze informatiker sind alle dumm wie scheiße scheiß wissenschaftler was schon hier ich weiß es nicht muss mal gucken ob ich auf deiner freundes liste bilden so was das hier schön groß an jessica bis kurz abdessen ich bin das immer witzig wie irgendwelche menschen auf youtube hin gehen in welchen streams und dann schreiben wie ungesund das ist am pc zu sitzen werden sie selber am handy sind oder pc und der in der scheiße da rein zu ihnen genau wie diese komischen erwachsenen die ganzen tag sagen ja zocken oder so ist dumm und dann sitzen die und gucken den ganzen tag rtl diese scheiße meint dann das wäre irgendwie schlauer dieses komische frau top oder wie die scheiße heißt anzugucken dass das ist richtig bescheuert kann ich mitspielen theoretisch aber weiß ob es voll ist hallo ja hallo demons layer das problem ist meistens voll warum sind hier hier sind so viele ich bin im gegner team ich wollte immer nach unten gehen feiern gut dann habe ich jetzt los warte 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 hier sind na du bist aber siehst du sind auch wieder diese großen figuren aber du stehst noch nicht hier du musst dich anstrengen ich glaube bei mir leckt das kommt viel kommen die schiffe manchmal nicht aber ich bin mal kurz aufs klo ja dann kannst du gleich meine milch schnitten hochwerfen wie viele denn zwei ich habe ganz weit man die sonne kannst du mich schön groß an jessica hast du mich einladen dafür muss und meiner freundesseste sein du kannst mir auch dann beitrittsanfrage schicken so was soll die schweiß hier kann ich mitzeugen theoretisch aber im moment ist die lobby voll moin hallo iraks tyrex hallo war dingsbums auf kurz meine menschen hallo samma und und Das war's. 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 Hey. Das war's. 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 eigentlich. das war's. 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 da ist das Schwerte. wie geht. das war's. das war's. das war's. Das war's. das war's. stirn nacken also dass wir für eine ja doch doch die sieht schon besser aus glaube ich mal die ausprobieren ich mache einfach die gebäude kaputt ist ich bin explodiert theoretisch aber irgendwie ist es gerade voll oder die leute kommen nicht rein immer weg wir brauchen ein neues auto ich muss die gebäude zerstören sollen auch wenn ihr zu campen ja tut nichts aber wirklich ein neues auto hallo haben kannst du mich ich kann bin dass man in deutschland nehmen auf wiedersehen auch auf servus ich glaube das kommt auf den ort in deutschland an also ich habe das noch nie gehört aber ich glaube in süddeutschland unten wird das oft genutzt weiß es aber gar nicht ich will wieder ein panzer haben jetzt habe ich hier eine waffe noch mal warum ist das gelbe zeug wieder zu etwas böses geschrieben ach so sporn die autos ich weiß nicht wo die sporen also meins war halt hier bei mir aber ich weiß nicht wann die kommen also werden sie von den alten und im süden genutzt benutzt benutzt siehst du jetzt läuft da so eine zeit auf hier kann man sich umziehen ich glaube das wird auch im süden oft benutzt im norden sagen die leute moin ja schon aber im norden auf jeden fall wie es wird gesagt dass sie das halt geht er hier im neuen neuen sagt da je nach ort 99 keine ahnung das auto verstarb glaube ich ja das leckt vor allem ist richtig du bist wieder da bist gleich wieder da ok ok man kommt mit den waffen nicht klar ach so da leckt es allgemein kann auch sein ist ganz akzeptabel was ach drachen oden am kann vielleicht für die fähigkeit für drei minuten sehe ich gerade welche fähigkeit noch schönes kaufen habt ihr das anbieten ich möchte nicht ein visier hallo die genervt hallo wie geht's mir geht's supi und so habe ich nicht noch mehr und guck den mir mitgenommen ich kaufe aber dafür ist das gut hier steht aber auch schon hier geht's supi supi sehr gut sind erst zwei stunden vergangen du hattest training kann ich gleich mitspielen wenn platz ist kannst du machen kannst du musst kannst es versuchen kann dass ich hier wieder und ich kann machen leckte von habe du siehst mit dem spiel schießt du mich dann die ganze minuten ja vielleicht ist dann auch da drin ich weiß dann von den namen gerade nicht genau hallo guck mal raus zeigen wir den kopf dann nehme ich den kopf ja ich habe zweimal getroffen es gibt glaube ich so eine unsichtbarkeit fähigkeit oder so was was für mich okidoki ich bin oh mann lass mich in Ruhe Richtung Ruhe ach hallo du oh nein oh nein wo bist du guacamole oder wie der heißt der ist nicht da ich wechsle mal die seiten was bist du du bist nix guacamole nicht da ich geh hoch du bist wieder da du was essen na du Leon komm dritten stock oh wenn ich wüsste wo der dritte stock ist ups hm die ganze böse gegnerseite ist hier was machen die hier warum sind die bösen auf unserer hier kann man auch noch hoch hallo ah da bist du hallo was ist das denn da Reketenwerfer sooo ey du da ja ne explodiert explodiert die ganzen gebäude auseinander äh du bist aus der lobby raus weil alle beleidigen dich wegen deiner stimme und weil du zweite klasse bist sind nicht alle selber so jung äh 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 hab nur den chat verlauf angeguckt warum bist du so leise ich fahrrad vor spiele chat kurz reinhören ach so jetzt gerade oder schon davor ja eben tot hallo natalie äh kannst du noch was hast du da was spannendes gehört ne die haben sich unterhalten welche klasse die sind oder so und welche sind sie der eine war fünfte der eine siebte aber soweit schon hallo knor knorrig knorrig kann ich lesen schönen gruß an natalie schön gruß an semer ihr wartet schon zwei stunden in der lobby ich weiß nicht in welcher lobby ihr seid aber da braucht ihr dich warten weil ich bin da auf jeden fall nichts drin äh wir ist die ganze zeit von den anderen ausgelacht das problem ist ich hab da also ich weiß jetzt nicht also wir haben da nicht reingehört wir können nicht wissen was sie da gesagt haben wenn da irgendwelche leute beleidigen dann werden die im normalfall entfernt aber du kannst auch mitspielen ohne dass du im voice chat bist also ohne dass du die hörst wenn du spielen willst ich bin ja auch nicht im voice chat drin ja ich habe auch in der schien nachdem es wird irgendwie anders ist und spiele schätzt auf die winter mit der zweite ich weiß nicht ob du sich das alleine unterhalten ja ich glaube man kann hat leider nicht wiegel und die schätze aufmachen also ich weiß gar nicht genau die gene ist irgendwo ist sie wieder hier drin was sind das für geräusche hä flugzeug pflegt flugzeug pflegt wir haben ein flugzeug oder ein helikopter ey ich glaube wir schießen uns ab wenn du jemanden wieder mitspielst oder mitspielen willst dann kannst du vorher bescheid sagen wenn da jemand in voice chat ist gemein zu dir ist dann können wir da reinhören dann wissen wir wieder da wer dir was sagt aktivität komisch und machen was passen ne ich habe nur den knirch angeguckt der nur ganz komische Nachrichten vorher geschrieben warum ist das hier alles so leer wo sind die Gebäude denn sind die alle runtergefallen mein Auge juckt na ich war grad ne Minute oder so drin da hat keiner beleidigt ne aber da war sie halt schon rausgegangen von wegen ach so er ist ein Problem die Jahre gemacht hat nur die Panzer wegen helfen und dann meinte der eine dass ich zweimal getötet habe also wenn du das nächste mal dann bist jetzt ja ich gehe ab und zu mal heimlich rein und dann mal gucken ich bin mal robo ko blocks oder brawl stars habe ich beides nicht das hält also jetzt alles halt handyspiel so gewährlich das heißt und ist das ich habe jemanden getroffen oder etwas brawl stars ne ey jemand baut hier raus aber auch von mir aus können wir vielleicht was anderes machen äh also ich habe ihr glaubt nicht so sehr Spaß ich auch nicht was können wir denn gleich spielen äh der männer ist weg der mich umarmen wollte nicht so viele sind von mir aus wieder mördern müssen ja dann machen wir neue lobby und wer als erstes anfragt kommt halt rein weil es waren ja auch mehr leute rein als das überhaupt rein passt so springt auf einmal also nicht vielleicht hast du eine aufgabe angenommen ich habe mein freund gefunden sie ähm schönen grüß an jessica okay dann fragt ob er mit uns spielen kann er hat doch vorgefragt gesagt ich soll seine eier lecken acht auf der dann wahrscheinlich ja dachte ich drückte noch kurzen kopfschluss ist doch ich bin die haare heute gefärbt ich hoffe es sieht gut aus gehen wir jetzt erst mal rein und können die dann annehmen geht das so auch hast du bestimmte leute die du bist also ich weiß kann nicht wer von denen nettes ich gehe mal ganz kurz ja ich guck mal auf wer hier so anfragt konsole oder pc konsole hallo darius du willst gerne mitmachen seit acht jahren spielst du hast du mich schon geändert ramon gal ich nehme mal ich schlag regine noch mit und dann kannst du noch ein an dem wissvolles einen also alle aber dann wechseln die doch wir starten jetzt also regine kommt es auch so und ich bin ich schon auf deiner freundes liste wenn nicht dann schicken mal anfrage und wenn du schon da bist dann schickt weiter ist eine frage dann kann ich dich annehmen ich habe keine level gekauft das habe ich über viele ich weiß auch nicht das ist einfach alle aufgaben die es gibt gemacht und immer hier ins kreative modus und keine ahnung auch ab und zu mal gespielt die ganzen täglichen gemacht und so fix ja auch noch mal so wie 50.000 pro tag wenn wopler bist du ja ich bin schon ziemlich kraft danke kannst mal anfrage schicken ramon ich habe so viele leute also ich bin jetzt mörder mystery fennl salina lina um eine kene anschreibt immer noch herr bedingter will kommen jetzt macht eine scheißstaat nicht drücken was geht dankeschön ich kann nicht start drücken hat er gerade abgebrochen kann ich start drücken hallo gaming luka du brauchst mehr spieler in der tat versuch sie ans glaube ich ja kommt ihr denn ich habe niemanden angenommen ich versuche den rahmen überhaupt erstmal rein zu bekommen aber ich kann ja nicht start drücken weil die ganze einladung reinkommen und keine ahnung woher kommen die den ordnung dreckmörder geworden öffentliches match ist das sind das dann jetzt überhaupt unsere leute ja ich kann sie ja nicht gucken ich kann ich start drücken ich kann nichts drücken am laufenden band einladungen bist du türken ramon sagt er steht vor dir bist du bist dem spiel beigetreten also könnt ihr alle einfach so rein treten oder wird doch die runde nach der runde wieder lobby aber wenn dann probieren oder wenn das aber die leute sind ja aus dem schatten ist das egal alle können jetzt rein gerne mal wieder immer mann ich habe die jetzt von uns sind oder nicht die sind black seagal gehört dazu auf jeden fall ich weiß es nicht es ist unmöglich start zu drücken am laufenden band kommt die einladung was soll diese scheiße warum kann ich die einfach mal start drücken kann ich bitte mitspielen müsste für meine anfrage annehmen ja sagt das fortnet die scheiße eingestellt haben die hören auch nicht auf und diesen anfragen kann man die scheiße nicht abstellen ich mach bald neuen account leider nicht er ist vollkommen bescheuert diese einstellung hier bei fordern was man für eine scheiße nicht machen kann ich schalte den kenan sturm wer war das jetzt ich weiß doch gar nicht wie viele leute jetzt überhaupt schon drin sind weil das kann ich ja auch nicht angucken als ob wie geht das wie geht was was ist geschehen du hast mich abonniert dankeschön darius ja schon wieder ich habe daneben geschlagen und der schräg folgt aber wenn es gelaufen hat er den abgeschossen bei der toten personen liegt jetzt hier weil ich mitmachen theoretisch aber gerade ist das voll wo ist in dem spiel war nicht in der lobby das war schlecht von mir scheiße bist du in unserer lobby also in unserem spiel oder wie das war öffentlich doch noch mal kurz lobby gehen ich kann halt gar nichts sinn ich kann nicht start drücken ich kann ja nicht rausgehen um mit lobby zu gehen muss ja diese starttaste drücken start fortneiten heute ja nicht auf damit das nicht wenn du einmal ganz nee nee dann nehme ich diese anfrage an direkt nur so für zwei sekunden drücken probieren wir machen ja mache ich aber dann kommt dieses zeichen dass ich die anfrage annehmen will das glaube ich heute nicht doch noch nicht gesehen der ist laufen dachte dass du genug bist sie sich aus wie genug hast du anders belegen bin kontroller ich weiß nicht ob man da irgendwas anders belegen kann ich bin angeblich hier noch mit dir einer lobby war war die neue auf dann müsstest du mir gestimmt das steht öffentliches match den einladen nein habe ich an frage an dem was passiert jetzt ach so okay alles gut jetzt ist privat okay dann können wir jetzt starten und dann kannst du leute an dem handeln bis volles hier steht jemals meiner gruppe beigetreten das geld ach so du hast ihn angenommen wahrscheinlich den regieren habe ich angenommen kind und sie hier hallo pia ja hallo pia ja der tat wie geht es euch so mir geht es so gut hier bin dann warte ich bis ich finde und dann wirklich erstmals schwert muss ich jetzt leute annehmen ja sonst nichts tun wer ist der junge immer noch matthias wo ist jeder da noch joshi denn es geht es auch sehr gut sehr gut es können aber nur zehn weitere leute rein also es kann wahrscheinlich nicht jeder renner die anfrage schickt jetzt kann ich wieder die anfrage nicht an den scheiß level aussehen muss die geht es nicht so gut was hast du denn nicole wie ist denn dein name auf fortnight steht steht kein namen Da steht kein Name dabei. Irgendjemand hat auf jeden Fall den Schwert. Huh, schon wieder? Ähm... Da ist der. Oh, du bist krank, hast starke Kopfschmerzen. Ja, im Moment sind viele krank oder so. Matthias hat dich gekillt. Also ist Matthias der Mörder. Oh, jetzt kann ich endlich mal wieder Start drücken. Lieber im Stuhl einschlafen oder im Schlaf ein Stuhl. Im Stuhl einschlafen ist auf jeden Fall besser. Mausi Sunny. Mal gucken, ob ich da was finde. Ihr müsst bereit machen, also wir sind jetzt, wir sind jetzt gerade schon in der Runde drin. Was los? Oh, wenn ich tot bin, kann ich auch nicht. Ich hab da vor so Spaß gesagt, wenn ich jetzt Mörder bin, dann tötte ich ihn halt sofort und so. Aber ich hätte es nicht nur gerechnet, dass ich jetzt wieder Mörder werde. Gott. So, was ist denn hier? Keine Anfrage. Okay. Dann kann man nochmal den Sprung machen. Mrt gedrückt halten. Aha. Wir sind jetzt hier drin, acht Leute sind drin. Das ist Anfang verschwinden, auch irgendwie nach mal Zeit. hallo celine warte da ist marvel man einer ist draußen noch einer ist draußen noch einer ist draußen noch einer mit ihr da um triffst du mich hallo j wie heißt denn in ford genau wie hier auf youtube mein youtube name der steht ja im stream ja aber ich war gerade in den stadt hast du dich reingekommen dann tötest du mich dafür kommt jetzt was er macht die scheiße niemand will das angucken auch mit das erste woche geht es nach dubai dubai joel luke ist dein name gut im club alle auf klo ach so wir sind gar nicht im club keine anfrage ok lass mich in ruhe jemand hier rein warum guckst du mich an hier hat jemand ein messer willst du das ist das aufschlitzen er ist mein kleidungsstück guckt raus hast du nimm die pistole da steht auch drauf findest mich nicht dann ohne app suchen das ad gehört nicht dazu du hast wieder gefunden oder hast du nicht mausie sunny die keine anfrage von mausie sunny die tanzen beim versteck und dann kommt der mörder ich weiß nicht wo der mörder ist er hat damit gerechnet glaube ich ist der mörder noch bei dir ja der vierten der weihnachtsgen okidoki ähm spielen wir noch andere spiele außer ford night oder hier in ford night andere spiele man kann ich spiel nicht beidrehen weil wir müssen auch bereit machen also wir sind ja schon in ford night und ja in ford night spiel wir verschiedene modus immer hatte nicht ganz ne ist ja kein weihnachtsskin hat er ein schwert in der hand oh man wenn der mensch ist auch tot ich weiß nicht wo der mörder ist der steht auf der pistole drauf ja aber wenn der uns nicht alle töten hat er trotzdem verloren hast du sprachstatt an ich bin da nie drin können wir gleich go got it oder so wie spielen das erst mal ein bisschen mörder müssen dann mal gucken was wir danach spielen ein roter weihnachtsgen ja wahrscheinlich ist er je irgendwo weil liegen ganz viele toten aber es sind doch hier schon so viele drin im spiel ja ich gucke gleich mal in dingen wenn wir da in dieser spiellobby sind weißt du wo karte ausfehlen da können wir mal durchzählen gleich wenn da zehn elf zwölf leute drin sind dann reicht das kann ich mitmachen theoretisch aber zurzeit es ist voll 16 die mehr 123 123 123 123456789 10 mit mir 11 wenn ich bin die verzählte aber sogar zwölf keine ahnung hallo kinder benko von halb sieben und die sonne scheint noch 3 3 4 5 6 7 8 9 10 also wenn ich reinkomme das ist halt auch schon quasi voll je nachdem ich weiß nicht wo hier steckt denn was für ein lobby war hier ist es eigentlich voll ach so einer ist ja der mörder ich bin nicht der mörder gut da ich mitspielen theoretisch genommen aber zurzeit ist es meistens voll dann musst du wahrscheinlich warten jeder kann die ganze zeit der mörder sind immer nur auf die münzen ich will die ganzen münzen haben so der mörder versteckt weil ich hier angst habe und so eine verbotung aber wer da sein könnte da würde ich jetzt auch direkt töten ach so verstecke ich mich ich hab den sheriff gefunden oh regene regene ist tot hier schreibt nrg was kochen hure jesus hasst die bibel okie dokie so 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 ich hab meine items noch sehr gut so da bist du regene ja ich hab mich versteckt also wenn lange lange keiner stirbt dann ist das gar gott oder regine die nur mich unbedingt haben wollen aber wir sind bereit für jemand alte du hast eine waffe alles ist gut ich bin lieber weg irgendjemand fängt gleich an zu schlitzen das sind alle böse hier alle böse ich meine videos danke schön julian drei ehrenlose jungs haben dich geärgert warum sie dich geärgert wo ist der mörder alle böse ja alle böse da ist auch noch dreckig was da mal sauber machen was macht ihr für unsinn wieder hier guck mal wie schmutzig noch sauber das ist der mörder ich bin gleich aufgeschlitzt nein oh nein hast du was gefunden naja ich hab mein besen auf den weg geschmissen aber hier ist noch ganz dreckig warum hat sie jetzt die waffe war wie ein waffenwechsel ich bin die beste youtuberin dankeschön killer wenko ich hab noch gar nichts gehört und hier wurde auch noch niemand ermordet hast du schon was gehört ne mach grad den keller sauber ähm können wir doch mörder mystery minigame box pvp machen äh können wir mal angucken ich kenne erst gar nicht weiß nicht was man da machen kann maurice braucht geld äh minigame box pvp ach ja das ist der beste ich glaube ich in so einer ganz hohen box du kannst dich da halt abschießen mit bauen und alles ach so ähm nicole kannst du mal dein vornet nach rein ich brauche ich auch ich weiß gar nicht wie den vornet heißt so wer ist jetzt der mörder hier gewesen warum bist du tot ich bin mal minigames ich bin nicht tot äh ich sehe doch wie du da liegst nein halt hier mit der dritte keller rauber das gehen sieht aus wie deine kannst du mich ändern ähm du kannst mir anfrage schicken ach nicole ist jonas da kann ich dich hinzufügen weil du im euro blocks heißt wie ist so von jungs geärgert er ist ein blöde viecher die haben keine ahnung da ist jonas ich bin ja schon wieder tot aber hier sind schon zwölf leute drin ich glaube hier kann niemand mehr beitreten er macht kung fu ach wir haben gewonnen oh mein gott wir haben gewonnen Jungs allgemein oder ja alle Jungs sind böse so ich sehe nicht ich muss scheiß Bild auswechseln so alle sind böse ja die gruppe ist gerade voll jonas glaube ich hier steht zumindest zwölf leute ich nehme dich mal an aber ich es kann sein dass du nicht reinkommst hallo victoria die little ush ist auch ein junge aber du bist bestimmt ein netter junge aah die die kein roblox machen ich bin auch ein junge die sind böse dafür ist dir jetzt ein pinguin oh nein da siehst du matthias will auch nicht dass du pinguin ist hast du gehört wie der geschrien hat pinguin man pinguin man es ist pinguin man ich sage nicht wie ich euch was kennst pinguin man Mensch mit zu vorschern er hat mir versteckt er zeigt man sich noch nicht katt und dann habe ich sie umgebracht also meine Leiche würde ich mal jemand finden oh man eben haben wir noch zusammengefegt hier sind wieder laut bist du wieder im sprachschatten bist du hier drehen der gruppe sven ja ich weiß gerade gar nicht den namen wenn du bist kannst du gleich mal reinhauen ja glaubt später eben wild flower du böse mann komische geräusche oder schlitz alle ab warum sagst ach der heiß marvel man hey aber ich immer stadt damit mit evil things booms ich bin gestoppt irgendeiner im endgames head hört halt laut musik also dein name ist dien äh gewonnen victory wer hat jetzt victory guck mal die faked mörder marvel man okay hier so wie spät ich muss noch mörder werden damit ich menschen explodieren kann bald sind wir drei stunden live es ist erst nicht mal 19 uhr schon früh da heute drückt drauf wenn mörder ja ach so bin ich möchte er nehmen von den jahren pro sein und skin da erwartet dass etwas respawnt erwartet dass etwas respawnt und wie flog ist ungefähr online meistens so ungefähr 17 uhr wie früher zeit um 16 uhr und manchmal erst 18 uhr aber also ich würde sagen so ungefähr 17 uhr sind wir da hallo 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 artiflix hallo artiflix oh mann der schlitz alle auf hallo treten hallo vos hallo ichzelf lebt noch jemand ja dann noch nicht auf dem weil wir sind zwölf stück die im spiel sind und jeder lobby sind da ist halt das spiel hat voll die können ähnlich mit spüren dann kriegt doch einfach andere leute und lasst sie rein also es ist das bist du lief direkt doch genau hallo juni im moment ist es noch voll im moment kann niemand beitreten wir noch eine minute da unten ist er kriege ich mit der waffe jetzt auch geschlachtet so gelacht da wie die da stehen die waren einfach erst geschafft und ihr macht party in der lobby heute schöne musik wo ist regina warum hast du nicht erschossen kann ich mitspielen theoretisch genommen aber zur zeit ist die lobby voll es kann gar niemand beitreten was nehme ich jetzt ich kann nichts sehen weil die immer dieser scheiß was für ein ding also wenn das pony aber geiler du hast die vorseite musik die ganze das ding ist cool auf wenn ich bis zu kein mörder der verlässt mich mein pferd mein pferd ist weg kannst du mich ändern du kannst mir französ an frage schicken dann kann ich dich annehmen wie spät ist es überhaupt 18 und 47 tut immer so als ist sie nicht gott er stecht mich gleich wir sind vorne genau wie auf youtube und schuldig also mein youtube name kannst du in vorne suchen wenn es richtig eingefst findest du mich da ist er ja wieder hallo ich habe jetzt von amazon benachrichtung bekommt das paket zugestellt wurde wie lange bist du noch an sitzen wir gar nicht der mörder ist im aufzug lebst du noch ja wenn du ganz oben bist gehen wir rechts im raum da kannst du rein und darf im badezimmer der mörder tanzt bei uns jetzt ernsthaft wir werden mal ach so auch ihr seid ja schon wieder am putzen wieder unsere badewarte machen die brauche ich hoffe ich werde gleich nicht umgebracht schönen grüß an viktoria das leben gefühlt alle noch dieser mann ich wollte ins badezimmer ich wusste es doch diese blöde mörder man da war die ganze zeit da hat mich verarscht was sind annehmen du bist du da drauf es trug gar nichts drücken was wo bist du julian ich glaube ich habe dich gerade angenommen sein ein holler und du bist das hallo kevin im moment ist die lobby voll hallo wie krass eine oma wo ist eine oma ist man ist das jetzt der mörder den ich da gerade angucke dann besteht zwar weiß noch keine ahnung regina heißt julian ja der hat gesagt es wäre okay wenn man ihn regina nennt jetzt ist doch keine regina ronaldo soll die fressen blöder ronaldo also jetzt bin ich nur noch für messen nicht mehr ronaldo ich habe schon wieder auf alle nachrichten so geschafft oder hat das eine wechselt studien so in der tat hier ist mein 100 auch ein besen ich werde gleich wieder aufstieg durch mördern bist du wie viele leute in der lobby 12 stück mehr können hier nicht rein ronaldo da messi messi ronaldo sag ich soll in der lobby in der lobby sind bestimmt 15 leute oder mehr oder so das können wir zwölf in spiel rein ich glaube das checken die gerade nicht so kann halt alle sagen dann ist es you gar nicht aussprechen so bieder das nach süß sagt aber ich war alle immer geschrieben der mörder hat eine granate dahin gestellt aber ich weiß nicht wo der mörder ist was ein hund heißt es ist ja süß man hallo okay da wurde schon direkt umgebracht lobby aber einer lobby sind halt mehr thema 369 ja genau 12 im spiel lobby sind wir magst mich dankeschön rucka ja wie sagt man das süß sagt er ne zu schreien das an sie nun erwarte 8 portugiesisch ist was anderes dings portugiesische aussprache ist dass ich habe das klo gefunden da ist ein treme nach so und aber ich habe ein klo trotzdem dafür weiß ich jetzt wie er aussehen kann von ihm wegrennen du hast man aus versehen ein video hochgeladen wo denn das hat jemand schon die waffe genommen hat jemand die waffe ja bitte tötet ihn bitte er ist hinter der musikbox hat sie nicht irgendjemand die waffe schon genommen ja der hat die waffe genommen ja ähm tschüss david da scared gott war der mörder der bummerang überhaupt ist ja gut damit kannst du machen werfen oder das ding habe ich auch noch nie gehabt ich bin voll hübsch dankeschön rucka ja ich kann nicht gucken ich habe ich habe nur granate mit heute noch squat ich weiß es gar nicht müssen wir mal gucken was wir noch machen ja battle royale wahrscheinlich nicht ach so ok ich bin was bin ich bin kein mörder glaube ich ist sehr gut sagte er ja um das meter her problem kostet 1000 ich habe mich mal tausend und wenn du dann stirbst oder so oder eine runde halt dann ist er wieder weg so weißt du echt meist ist immer noch da dass ich die ganzen vielleicht hast du das genutzt ach oder vielleicht ja ich habe mir ja mal den komischen mieden gekauft und die wandern weg hat sich wieder mörder war also ich weiß einmal hast du dir genutzt auf jeden fall ja ja genau damit kann man massen gehört ich kann sagen wie er aussieht roten zöpfen aber platte ist wieder da hallo platte hallo melanie wie lange spielen noch mörder müssen wir wissen wir gar nicht weshalb kann man machen film groß an schulen du musst auf okidoki tschüss rucka ja also er zöpfe dann ist er ja das ist pink die da wieder heiße sei schneller der rente ist ja was hat es geschafft hallo ari die lecken schaden macht der kauf dir den boomerang ich habe aber noch keine tausend was das hier eigentlich für dieses zufall dieser würfel oder was das ach da kann man nicht für 75 sind den kauf und das glaube ich die chance dass man mörder wird ja direkt geklappt perfekt als städter kannst wir freundschaftsanfrage schicken du kannst mir eine schicken können wir es gehen konnte sind battle royale machen wie funktioniert das in battle royale da kann man sich doch nicht umziehen und soja mann hier sind überall menschen gleich box fight box fight mal gucken was wir gleich noch machen wann kann man mitspielen wenn platz ist sind halt sehr viele leute da die mitspielen wollen warum bin ich die ganze so schnell tot ich will der mörder sein für die menschen umbringen das nicht angezeigt hat er hat er gesehen und dann hat er getötet wahrscheinlich bist du noch immer ein stream drin siehst du da irgendwas rückblickend ich habe aktuell ist jetzt drei vier sekunden ungefähr sechs sekunden es nicht gesehen bin ich doof er würde jetzt hätte er hingeguckt ich kann das jetzt nicht sehen ob das da wirklich da stand steht eigentlich auf jeden fall aber warum habe ich das schon wieder nicht gesehen ist nicht in die game box pvp es ist komisch aber jetzt finde ich auf jeden fall nicht der mörder mann ich warte die ganze zeit ich war die ganze zeit im stream das aber nicht oben ja 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 das weiß ich habe ja auch dann auch den item und so und es steht da vorher der dick verdroht dass ich der mörder bin aber warum sehe ich das nicht genau den chat gelesen da nicht mal drauf geachtet gestern war das auf jeden fall so da habe ich da im chat gelesen jetzt kann ich ja gar nicht sehen was ich da gemacht habe oder so verstehe es nicht guckt die ganze zeit immer da drauf aber dann wenn ich mörder bin sehe ich plötzlich nicht ich habe meinen item verloren deswegen ich habe das gefühl da wird der mörder sucht ich habe schon wieder ich habe sogar gesagt ich will hier mein item einsetzen ich will mörder sein und das ist blau habe das nicht vorhin der spielt man gucken ja ja jetzt muss ich man wer ist das da ist schon wieder möchte beitreten das ist das lennox verstehe es nicht und ich kann es nicht sehen warum passiert das sind immer bin ich mörder bin dass ich es nicht sehe dann kommt mir zum scheiß boomerhang wenn ich den finde hat er auf 1000 ach so ja dann kommt mir irgendwas anderes lecken blöden ziehen wie ich vor davor nicht viel habe ich noch nie gespielt man 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 zu spät okay ich habe angst so ich bin nicht der mörder jetzt bin ich mal gespannt warum nur so ich darf noch nicht sagen man ich weiß nicht wo der ist ich habe den schon schlitzen gehört aber ich sehe keine leichen und ich sehe den auch nicht oder bleib mal stehen du hast den falschen erschossen bist du sicher schon aber ja du hast auf den roten gezielt da ist jemand vor dir gelaufen und das war zufällig der mörder ja ich wollte den roten auch ermorden ich dachte der rote ist der mörder und die ist dann hochgesprungen wer soll denn das ich dachte mir wenn der nicht der mörder ist dann kriegt da jemand meine waffen findet an dem mörder halt ich dachte es wäre der mörder mal in der runde bei der badewanne gefägt aber irgendwie war ich ja nicht wirklich allein wird ich weiß auch nicht warum das hat gewartet was steht da noch okidoki ok ich bin nicht der mörder hilfe ich höre den mal da schon ja da ist ja irgendwo unten in der disco soße was für soße kann ich einen witz schreiben ja soja soße also ich spreche das auf jeden fall soße aus es gibt ja menschen spreche das ja gut dass wir doch mit scharfen s geschrieben oder manchmal bc aber soße klingt so komisch also in meinem land sagt man halt soße soja soße das klingt halt geiler ich weiß gar nicht in welchem teil von deutschland oder ob das überhaupt davon abhängt wo man das soße oder soße sagt könnt ihr glaube ich kommt jamie ich glaube das bringt nichts weil wir im spieler gerade zwölf leute sind ne das bringt also bei mörder misst du wie können das nur zwölf ja es bringt mathematisch nix wir müssen mal mathe unterricht geben und lesen beibringen und schreiben das können sie ja auch nicht dann lernst du hast du warte warum sind franzosen so schlechte elektriker das ist rot und sitzt sitzt wo sitzen kann ja viel rotes die gruppe ist voll kevin es kann gerade niemand beitreten ich habe immer noch keine berechtigung für meine scheiß insel veröffentlichung ich kann nicht spenden noch kann man nicht spenden ich habe dafür noch keine berechtigung mir fehlt noch watch time eine klomate die anfrage von janik habe ich glaube ich angenommen also freundschaftsanfrage aber in der gruppe passt kann niemand rein ja doch hat recht sind gerade elf drin also einer kann theoretisch noch aber ist nicht ich weiß nicht wie das ist von der lobby ist ich auch nicht aber sehr gleich nächste runde wie viel wir drin sind jetzt kennen konnte es den battle royale aber ja wie funktioniert das in dem battle royale haben wir noch keine eigenen battle royale runden watch time dauert ja nicht lange doch ich brauche insgesamt 4000 stunden watch time und ein normales video hat mit etwas glück ein zwei stunden watch time sonst wie macht hier 50 stunden watch time und das dauert trotzdem dann noch sehr lange also im verhältnis zu den followern ist watch time dauert sehr lange ja das problem mit shorts ich habe shorts schon die ganzen monate vorher gemacht und da ja also man kommt mit shorts auf 4000 watch time locker aber die shorts zählen nicht zu der watch time die man braucht für die verifizierung und monetarisierung also man braucht entweder vier stunden 4000 stunden watch time mit videos oder live streams oder 90 millionen watch time oder 10 millionen mit shorts auf jeden fall also entweder shorts oder dingsbums normale videos aber diese shorts live streams die zählen auf jeden fall die zählen für die normalen videos ganz interessant habe ich gar nicht drüber nachgedacht damals hat das funktioniert hast du schon hast du bist du voll joshy der echte ist endlich zuhause ich guck mal nach ob es bei dir was schönes gibt 63 abonnenten bin down ich habe daneben geschossen je nachdem wann du deine monetarisierung gemacht hast das soll wohl vor paar jahren mal anders ich habe dreimal daneben geschossen soll wohl damals braucht man das hat sich immer auf jeden fall mal geändert das kann sein dass damals weniger man braucht ich weiß es nicht chancen aber ein unterschied zu normalen videos da zählen keine keywords ich weiß nicht wo wer die tour de france gewonnen weil sie nicht ein fahrradfahrer im jahr ein video auf youtube stimmt von einer eisenbahn oder so so kevin ist dafür spiel reingekommen wo ist ich brauche mir ein neues ach das ist hier nicht ok ich bin innocent kann ich mitspielen im moment ist die gruppe voll im moment kann niemand beitreten ich war auf unsichtbarkeit es klingt auch cool ich komme über acht zog man raus immer machst du da wirst du leise ist verdächtig ich sage dir was kommt jetzt kommt nein wirklich ja genau was möchtest du mir zeigen ein versteck der terminator auch da schnellst du jetzt der terminator hat er steckt am boden ich mache gleich ein loch in den wohnen auf deinen kopf welcher terminator hat er ist auch da gibt es auch getötet jami was machst du denn hier mann ich habe mich umarmen wollte oh regina war das so ist muss ich mein alt mal verkaufen ist das hier drin aber wie wo ich habe auch leck mich immer diese dings anzeige ich will das nicht frecher bengel genau aus dem weg in wisse dings links ja genau das mache ich warte mal wie kriege ich meinen gold ist das mit minzen einsammeln oder wir müssen einsammeln oder man kann so aufgaben überleben wer ist das willst du ich habe meinen freund gefunden anspielen wir was anderes wissen wir noch nicht ich brauche noch ganz ja auch mal den grünen wurf ausgerüstet wo sind denn hier die krüge es in so einem raum an der seite da kannst du überlebe dinge 20 minuten drei runden gewinnen mit drei runden überleben fünf runden gewinnen erhält sein oder wie drei leute töten oder so es weg wer ist das den namen leider nicht diese musik garantiert deine stimmung welche musik keine musik auf jeden fall ihr wartet eine halbe stunde in der lobby da könnt ihr noch ganz lange drin warten weil hier ist es auf jeden fall voll und ich weiß in welcher lobby steckt aber dass sie es voll da können wir können leute mehr beitreten was ist denn da stimmt der master schief in grün essen dass man muss seinen namen sagen dann schwer der master schief ja du bist jetzt ein pingwin ich habe ein start und diese bilderrechte da ist halt ein alterskind wahrscheinlich noch mit drin ja ich sehe auch nichts so sagen wir wie heißt 3b wie heißt du der schwarze ist was besonderes den schwarzen kriegst du nur wenn du die neue xbox hast also die series x oder erst vielleicht auch keine ahnung du findest mich nicht so ist mich auf ford night als freundes einladung muss münzen sammeln bald auf der tausend hinter uns ist ein schwert ihr montiert das schwert ihr kennt man auf der lampen wir beide sind es nicht ja der ist hier ist ein bild ein foto von einem schrank einfach und ich will auch nach oben auf zu klitchen die thema tatina waffen kann hat die ganze zeit rum lass mich raus da ist er ja der schlitzer net versuchte ich aufzuschlitzen ja und sich sucht noch mehr minzen er ist grau der war doch mit dir auf der lanke dann hatte ich an der hatte den schmerz in der hand hat ja dann verarscht hat dich da ist nein ich der hat das schwert schon wieder siehst du der tut der von nix ich habe den schluss einmal gesehen wie den schwert in der hand hatte siehst du du bist nicht verarschen du weißt dass es der mörder ist ja ich habe dafür ist er jetzt tot kannst du bitte gruppenkanal die wollen dass ich gehen soll bist du im spiel drin spanier wie so auf dein namen in fordnet es kann gar nicht wie du heißt wenn wir ein wohnen wohnen web gehen und kind konntest machen ja so als kreis auf keinen fall also ich jeden unserer gruppe kannst wenn ihr aber gleich nicht drin sein weil von delo in die heißen glaube ich nichts wenn ja ach du bist dh16 mache ich spontan ich bin ich der mörder ist ein hübscher baum ich möchte auch noch ein baum haben für meinen tisch der nachbart jetzt ein kaktus hast du ihn schon gesehen der große flauschige ist der mörder leute geht weg dass sie im schrank weiß dann lass mich aus dem weg der ist der mörder meinte weiß ich weiß ich wo ist immer mein live dankeschön victoria die lassen mich nicht raus oder rein der mörder ist wenn ihr reinkommt dann ersticht er uns warum steht sie auch vor darum der flauschige bär ist der mörder wenn ihr ankommt sind wir alle tot da kommt er doch hörst du dass der sie ist das hast du davon macht tot regene macht tot wie hieß regene noch mal irgendwas mit j schul schul schulettter schulettter wie hieß die noch mal was mit j schul ähm wenn du willst du nehmen was matthias kill und schulettter die echte namen ist aber irgendwas mit j in juli oder so das vergessen Ach, Julien. Hallo, Methen. Ähm, wo standen dann noch? Wo bist du? Oh nein, die Zeit ist rum. Ist wirklich gut versteckt. Wie ist denn versteckt? Warst du auf der Tür da oben? Oh, jetzt kann ich das nicht sehen. Können wir Trio jetzt im Moment erstmal nicht, weil wir spielen hier in Kreativmodus und es sind ganz viele Leute da. Vielleicht hat Matthias heute Abend nochmals Zeit. Ansonsten müssen wir halt gucken, weil du da bist. Jewel. Jewel heißt okidoki. Jewel mit Stuhl. Muss ich mir merken. Ach so, genau, ich spare auf mein Alter. Ich bin aufgeflogen. Warum aufgeflogen? Der hat gerade gesagt, hey Matthias, das ist im Gruppenkanal. Boah, wie können sie das feststellen? Ja, man sieht das halt, man sieht, wer alles im Gruppenkanal ist. Ach so. Und? Also ich hab... Nö, also... War keine Beleidigung. Der eine hat nur gesagt, äh, so... Wegen, du weißt nicht mal, wie man ein Skincontest im Battle Royale macht. Man merkt, dass du erst seit drei Monaten Fortnite spielst. Hm. Wer hat das zu wem gesagt? Ich weiß nicht, wer... Das war keine Ahnung. Hast du da eine kleine, süße Mädchenstimme gehört? Äh, ja, ein... Einer ist dabei, der ein bisschen jünger ist, auf jeden Fall. Aber ich weiß halt, wie die... Die ganzen Kasten, jetzt habe ich halt nie gemacht. Nur Battle Royale. Ich weiß halt auch nicht. Ich hab jetzt halt, seit dem Stream zuerst und erst mal diesen Kasten, den Dinger gemacht. Hygiener 1000 Monat für Invisible. Llelelele. Äh, Lennox. Ja, schick nochmal, da kann ich annehmen, aber ich weiß nicht, ob hier noch Platz gerade ist im Spiel. Der möchte Trio machen. Äh... Ach so. Ne, Trio. Ach so, was hast du noch geantwortet? Hat gerade ja schon... Äh... Äh... Das... Wir jetzt gerade, wo man erstmal nicht viel leichter ist. Du heute Abend, aber... Weiß es nicht. Wie lange wir machen vielleicht noch immer. Du musst morgen arbeiten, wie dann, ne? Ja. Wir müssen wieder leicht früh aufhören. Jetzt sind wir dreieinhalb Stunden schon da. Okidoki. Ich brauche Münzen, damit ich mir bald unsicht verkaufen kann. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich traue euch nicht. Der rote Dämon Skin ist das? Ok. Du, da, da, da... Jamie hatte recht. Warte. Ich hatte nicht recht. Oh mein Gott. Vom lügst du mich an? Ich dachte, ich habe gewonnen. Ich bin jetzt tot, ne? Warte, spektrum. Ich bin gefeuert. Ich bin gefeuert. Ich bin gefeuert. Ich dachte, ich hätte jetzt wirklich gewonnen. Leon, du warst das. Jamie hat gesagt, du wärst der Mörder. Halleluja. Der hatte das Messer rausgezogen. Oh nein, 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 nein. Ist ein grüner Mensch. Oder so eine Frau mit so einem grünen. Wer tut's oder so? Dann ist Jamie anscheinend farm blind. Jamie, hast du schon mal getestet? Äh... Welche Farbe bin ich? Bin ich? Welche Farbe hat mein Kleidungsstück? Der Rote. Der Rote. Der Rote. Welche Farbe denn jetzt? Ach so. Mann. Pink. Jetzt weiß ich nicht, wie der aussah. Pink. Ja, das ist hier. Kannst du, glaube ich, guck. Diese Frau mit grünen Tattoos. Ich sehe keine grünen Tattoos. Keine Ahnung. Ja, hier. Beim Boden hier. Der hier war's. Das ist nicht mal annähernd rot. Warum sagt Jamie das? Zzz. Mann. Hat den Schlafen geschickt. Nee, nee. Mann, ich stehe es einfach drauf. So. Jetzt haben wir die ganzen Münzen ein. Ein Fisch. Du musst auf Okidoki. Tschüss, Elite Large. Hier schießt jemand. Oh, da wird geschossen. Ja. Mann. Dreck geschlitzt. Der Fisch ist es. Ich wusste es doch. Der hat schon so böse ausgesehen. Nein. Du lässt diesmal ein Kruze fix gegen die Geistern. Ja, gegen deine komische Aura-Puppe. Ja. Kann ich auch mitspielen. Theoretisch. Aber im Moment ist noch die Gruppe voll. Da tanzt irgendwo jemand. Halb acht und noch so schön hell ist es draußen. Nimm Matthias auch anfangen an. Freundschaftsanfragen. Du bist stumm geschalten. Nö, nicht von jedem. Es kommt auf den Menschen an. Wenn man ganz besonders gut spielt und Matthias denkt, oh, ist eine geile Sau. Ja, dann ja. Hähn. Mh. Hähn. 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 Deine Typer hat irgendwo in Zigarre abfallen lassen. Bist du gestorben? Hähn. 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 können wir auch mal angucken dann kannst du dir deine neuen ja das war einfach und machen da können wir es angucken aber das hat wieder so extrem bauten und so der vielleicht gibt es das auch ohne bauen man kann sich deine neuen leute raussuchen was guckst du mich so an bist du süß den fisch für immer teil ob die folge gar nicht wer das war gleich drauf geachtet auch noch mehr münzen hat auf jeden fall mit einem schlag und für leute ja lass mich raus na gut du bist jetzt wahrscheinlich rein und ich will raus man bekommen wir nicht tue ich denke jetzt ist der rote wirklich weg der stelle bis hier mit bauen hallo leo oder schön guten abend die ja auch da ist und fordnet genau wie hier auf youtube mein name der städte irgendwo im stream oben ich sammle weiter münzen ein ich habe genug münzen an es ist gut hattest du die waffe geschaffen und dann können wir lobby und anderen modus spielen der fisch hat eine waffe er hat man ich möchte mörder sein aber dass ich weiß dass ich bin ab wann da auch von youtube videos machen ich hoffe er mit 13 oder so ne ja ja ich bin da drauf ja mach einfach mit youtube mann reich genau ich habe schon ganz viel Geld jamie ist der mörder jamie ist der mörder ich sitze drauf ich habe Angst kann man heute noch mitspielen wenn Platz ist ja ich habe ein Schwert gehört ja und dann bekommt man unendlich V-Box das ist natürlich ein Money Glitch man bekommt unendlich V-Box und durch Creator Code kriegt man nochmal Geld zurück und das kriegt was man zurückkriegt kann man nochmal V-Box ausgeben davon kriegst du auch noch Geld zurück dann das kannst du dann wieder in V-Box ausgeben jamie ist nicht der mörder wer ist der mörder du weißt wie du aussiehst weil du tot bist wie war er wie sah dein mörder aus Matthias ich belebe noch man der eine mensch hier scheiß weiter master schief wenn ich sag schon die Bobcat test das einfach mal das ist einfach nein es war nicht er mann aber der lief alleine rum der hätte es sein können ich dachte der suchte ich dachte ich will dich umdrehen der lief alleine als einziger rum ich dachte der suchte ich und da waren tote Menschen was können wir jetzt basteln ja alle beleidigen die wer beleidigt wie wen hallo rief hallo Taylor wer ist jetzt ah du da warte Leon was steht denn hier du hast mich abonniert danke schön Silke du musst Münzen sammeln ach es tut mir leid ich dachte du bist der Mörder deswegen liest du da so rum mann ich dachte so ist Matthias und möchte es ihn umbringen ich war ganz unverlässlich gruppenkanal bevor er dafür geschrieben hat und da bleibe ich gar keiner ok vielleicht in der anderen komischen lobby drin oder die schreiben nur und ich habe sie aufgeworfen jetzt mal solche hat er erst am spiel aber er ist außer lobby schon mal raus Leon ok jamie passt glaube ich auch auf jamie kann man vertrauen und so hat er das gesagt der abläuft habe ich auch den gruppenkanal aber ich glaube jamie wird und schon die wahrheit sagen wer da beleidigt oder ob da vielleicht wurde oder nicht diese kiddies sind da witzig oder wenn du bist du bist auch gruppenkanal du kannst ja auch ein bisschen drauf achten ob da ob dieser beleidigen oder ob da scheiße labern aber es ist nicht auch erst 14 oder so ja aber der ist nett und korrekt aber er ist auch noch ein kleines kind nein äh ramon geil du hast mich jetzt abonniert ist immer meinen namen eingegeben ja anscheinend machen dass mehrere leute die man meinen namen eingeben und dann gucken ob ich da bin oder so der schlitz der rom hast jetzt am morgen aus runtergeladen nehmen und ich habe das noch gar nicht angeguckt also es man kann es zumindest es hat crossplay auf jeden fall aber ich habe es mir noch nicht angeguckt vom spielprinzip her und so bist du da also wirst du ja bitte ich weiß nicht ich glaube wir machen gleich und heute keine royal mehr machen meistens nur am anfang des streams weil sie sind so viele leute drin die man spielen wollen kann ich jetzt runter land das muss ich auch noch mal gucken ich habe vergessen danach zu crossplay auf jeden fall ja der meinte es könnte so machen dass der lobbybesitzer einen code kriegt und dann die leute einladen kann jolly und das muss ich halt mal gucken müsste man wieder ein let's play anfangen was für ein let's play aber es geht halt im moment nicht weil ich muss ja streamen battlefield ist auch crossplay aber es dürfen die ganzen kleinen kinder nicht spielen dürfen auch kein call of duty und so spielen also das kann ich auch spielen aber dann nur auf twitch und dafür bräuchte ich überhaupt leute die halt mehr leute die halt interesse haben zurzeit auch hier nur die kleinen süßen fordner kinder vor der ist genau folge ist aber ich glaube das funktioniert so nicht also ich glaube da kann man nicht eine große lobby machen das geht noch zu viert und die anderen müssten probieren werden die zocken sowas auch nee ich habe gefragt schon öfters die meisten was hat er gemacht das ist diese diese wenn ja sagt sie zumindest die die ganze gesagt hat dass sie beleidigt wird ja sehr viele kinder schon geschrieben die dürfen kein call of duty spielen die meisten sind doch acht oder noch jünger die beleidigen aber so im morgens und vollgas theoretisch schon ja dass sie aber call of duty battlefield wie saß dann noch kleine kinder drin kommt drauf an wie alt sie sind also 13 oder so dann spielen das wahrscheinlich schon die hier im chat auf jeden fall die dürfen das nicht die dürfen nicht mal sonst irgendwas haben wo aus und habe ich noch nie gespielt das neue jetzt gerade habe ich auch gar kein sprecher was gerade für mit dem begriff vor der kinder vertreibst sie langsamer sicher wieder die ordentlich zu muss es deine eltern anbetten wegen bo2 black ops 2 oder so ja sie ist da und die kinder hier mannschaft sogar komische kindersicherung auf dem handy dass sie keine apps runterladen dürfen wenn sie nicht alt genug dafür sind luke oj beleidigt zockst du auch wie fifa habe ich noch nie gemacht black ops 2 war das besser code das habe ich auf jeden fall noch nie gespielt das mein gott ich habe gerade dass mein schwert überhaupt bekommen was soll denn das ist ein internet so schnell wie kann er das direkt schon sehen du spielst geht ja ist nicht schlimm ja ich spiele es auch gerne ich bin dann gerne in diesem schuhgeschäft gucken wir die schuhe an kommt glaube ich ja theoretisch können wir nicht mal was anderes machen ja noch eine oder jetzt schon ob ich lass noch eines fängt es an in zwei sekunden da bin ich endlich mal mörder und dann ist jamie böse was ist jetzt mit dieser komischen svenja die angeblich beleidigt da gar nicht durch also mein leben bin ich mir nicht sicher ich bin halt völlig im spielgeschäft und dann hat auf einmal geschrieben die beleidigung die noch mutter und ich habe halt gar nichts gehört und ich war schon vorher das geschrieben hat frage ist sind über war der war der überhaupt in den gleichen städte büro ist kinder sehen und spielen das sowieso die zeiten sind nicht mehr wie früher ja früher also meine erfahrung nach war es früher anscheinend so dass die früher sehen theoretisch holen aber spielen halt viele nicht nur ja also hier in diesem stream diesem stück auf meinem kanal sind wirklich viele grundschulkinder also nicht 13 14 jährige kinder sondern 78 und die können sich nicht die spiele alleine kaufen und die eltern kaufen denen kein call of duty oder so die wie ich weiß dass du es bist die machen die kindersicherung auf dem handy und so die können ich mal irgendwelche komische apps runterladen oder so du hast auch beleidigung gehört wann denn das aber ich habe eher das gefühl dass wegen diesem ganzen internet und handy dass sie nicht mehr so viele möglichkeiten haben weil man kann ja jetzt diese komischen kindersicherung reinmachen auf dem handy die können die können da alles kontrollieren und so dass man das lobby und dann ja die müssen sich da oder auch pc die könnte ich deine scheiße google denken sie so ich google vorne pornos und dann können die eltern dass ja im verlauf sehen also ich glaube es nicht mehr so leicht wie damals ich bin bei mir offline ja ich bin eigentlich gerade nicht da hallo vdsds gang was geht vorne halt ich weiß nicht was wir tun ja und das problem hast du nicht ja aber du bist auch schon 14 oder so da ist man ja schon älter die beleidigen die ganze zeit auf fischkopf und das problem ist auch wo ich manchmal spielgeschäft waren wenn der zwei drei durcheinander reden dann blicken da fünf mikrofone oder diese dinge auf und ich erkenne nicht wer wer ist vier tage zu viel sind auch kommen dann haben wir vier tagen mal ein der wirklich geburtstag hat vielleicht ja der lüft scherz auch was machen wir jetzt ja miau 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 ich hab mir das fischkopf wo ist in vier tagen 17 sachen gibt es schon so groß zähl mal den sechsten geburtstag ich habe heute geburtstag als geburtstagsgeschenk könnt ihr alle den streamer leiten es ist kein spiel geburtstagsgeschenk auch gern hallo daniel hast du auf ihn was bestimmtes lust alles gute so groß ich sag einfach mehr was im jahr ich habe geburtstag guck mal dass jemand darauf fällt sniper one shot ich bin aber bereit siehst du hast keine beleidigung aber davor hat er doch geschwindet beleidigung gehört oder aber schäme sagt er hat beleidigung kam mit irgendwie die h16 einmal gesagt so erst mal gucken wir reinkommen dann kann ich paar leute annehmen frau in der tat lügen ist schon gemein nein nein frau mann jemand hat die was gewechselt ich drücke einfach trotzdem bereit ich bin der erste zimmer der den namen richtig ausspricht was sag ich denn am und gar und ich weiß es nicht servus servus redini wer von euch wechselt da anfang bist du von der nähe bin ich nicht du bist essen okidoki bis später wer auch immer gerade in der gruppe drin ist und den stream hört ihr könnt nicht die ganze zeit wechseln weil wir so in keine modus reinkommen wenn wir nie wo reinkommen können wir nicht spielen und dann verkaufe ich eure konsole mit eurem fortnite hallo levin so portland wird verkauft sagt euren eltern bescheid ich habe geilen kirchen skin geilen kirchen ist auch ein toller stadtname hallo goku oder diese wie heißen diese diese komischen städte und eins heißt auf jeden fall kotze ich darf die wörter gar nicht mal sagen so wie die städten heißen es ist doch dumm also gibt ja ich darf es nicht sagen aber es greift sich auch auf kotze und es so heißen städte da kann man doch nicht so im stream so sagen ja ich wohne hier in dieser stadt ich gehe dahin so weiß ich nie was ja dann sagt youtube böses wort das ist doch bescheuert pinguin nee das gibt timeout glaube matthias hört gar nichts blöken 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 es geht bei dem sprach ab das kann ich nicht hören weil ich kann da nicht reingehen weil jedes mal wenn ich im sprachstatt gehen will stürzt fortnet ab sein zeichen ist ein süßer poseidon ich finde den so süß was hörst du denn für komische sachen im sprachstatt gib mir deine wii box ist das eine bedrohung die reden was von frankfurt wollen die schleckereien machen bei frankfurt mal gucken wer überhaupt da ist luke jamie bockett so sie soll auch von dem modus zu wechseln ja matthias ist gerade nicht da entweder ist er gestorben oder er ist im voice chat drin ist noch da wer ist für rot gegen blau eins in den chat genau machen wir neue lobby gleich ich glaube matthias führt kann auch ein soziales experiment durch ich weiß nicht was er tut ihm was macht er auf jeden fall 1 ihr wollt rot gegen blau wenn du sei für fein ist ist der boden sauber oder die seife dreckig dieser auf jeden fall dreckig der boden selten sauber aber man muss ja noch schrubben hallo ja ich bin aufgeflogen ja was haben sie ganze gesagt ach keine ahnung bisschen beleidigt habe ich vorerst nicht wer da eine volt kurz ins bieten melden warum auch immer ja einer will wie unbedingt den contest machen aber das problem ist die welt wenn es seit ehemal weil ich sie nicht werde ich werde ja aber hast du denn irgendwelche stimmen gesehen was mein mikrofon auf ihr könnt haben weil er redet als mich in kein namen wenigstens gesehen hat ja wir machen gleich neue lobby aber du musst auch da und nie welchen namen gesehen haben ja aber ich würde gern wissen wer diese menschen als sind damit sie nicht wieder reinkommen ja was machen wir jetzt warte noch was ist das eine ist spieler dingsbums der ist eine der eine fehlte könnte das auch seit ich bin mir nicht sicher eine was ich will jetzt halt keinen kann einer ist doch felix kann man das jetzt auch war aber ich will hier auch keinen falschen beschuldigen oder durch meistens wollen rot gegen blau ist so rot gegen blau ist das egal was halt dort wir werden uns so einig oder spielt irgendwas so ja dann gehen wir manchmal rot gegen blau an und ich lade sie ein ich würde gern wissen wenn diese bösen menschen sind eine freund ist es ist schon voll die müssen nicht draufstecken beitrittsanfrage schenkst du wie box nee also das oder was ja keine ahnung mit 1 beitrittsanfrage schenkst du wie box nee da ist dh 16 verstehe es nicht dem chat heißt die person späne und sagt dass sie die ganze leicht und wäre weil sie in der zweiten klasse ist er geht ja ich habe jetzt noch sagen wollte kennst du den youtuber jules herr den komischen videos existieren da bleiben sich minus 19 jährige sind sie sich wieder am beleidigen aber bist noch in dieser alten gruppe meinte wahrscheinlich näher hier drin wahrscheinlich von eben ja ich kann schon wieder nicht start mein gott so leise hier ich habe auch komische videos meine sind gut muss ausmachen okidoki tschüss levin ich kann start drücken fünf leute sind hier drin nehme ich an dem spiel beitreten mit dieser noch kicken kann ich hatte der eine auch gekriegt oder war im spiel wie trotzdem noch drin was wollte ich denn jetzt sagen oder machen was wollte ich auch beleidigt ist jetzt ja der ist noch in super was ist warte wo ist nun kochi wieder hin hallo womit schon direkt ermordet hallo mail gaming ich bekomme soll gerecht für matthias na das willst du gar nicht und in frankfurt am main ja wir sind in der näher vom hauptbahnhof können uns leider keine bessere wohnung leisten zu einem hochhaus und ich würde gerne mal start drücken ich wollte nur in ihnen versteckt sein werde ich mal im stadt drin bin dann werde ich direkt abgeschossen oder fahre gehen ja umgeschlecht kannst du sehen wie viele leute schon hier drin sind ich glaube ich glaube ich glaube ich soll angeblich beleidigt haben nimm den einfach mal aus der million freunde wie viel verdient man als youtuber ist komplett unterschiedlich kommt doch so viele faktoren an dh 16 will auch beitreten noch ziemlich wenig da war jamie der video für noch ein anderer grad nur ich war so ich habe noch niemand angenommen ich kann ja auch gar nichts machen es sind neun leute hier drin gruppenmitglieder vielleicht sind die anderen das problem ist halt dass manche halt irgendwie war so fett wird aber noch wirklich stürmer geräusche oder man sich bald ein doppelt hört und dann denkt man möchte drei headsets auf und so ich kann nicht weil ich check mal nicht wer wer dann redet so man ja wie ein team wie viele sind hier drin beitrittsantrag hallo gamer max ist dein lieblingsfilm twilight und harry potter felix macht el dance felix ist gemein soll ich den dh 16 noch annehmen oder nicht und die person sagte der beschädter steppe leicht werden würde ich nehmen sie jetzt an kannst du reinhören irgendwann weder scheiße macht es hat so schwer zu sagen drückst du start hast und dann siehst du da rechts direkt wer als erstes redet wie alt bist du eigentlich 22 hallo paul ach so ich brauche er wird von man vielleicht gelogen hatte hat auch schokobrötchen 21 wird mit gezählt falscher weg vergessene meinem team ja das matthias 23 kann ich sehen ich sehe den namen nicht auch luke og ist drin ich habe den doch ja dann musst du zwischendurch mal sein ja mache ich jetzt wird so auffällig deswegen gehen sehe ich dann bin ich habe ich sehe auch nicht was ist mein lieblingsspiel außer fortnite offiziell mario 64 mario sunshine ansonsten mag ich call of duty ja hallo bianca was bist du denn ich nehme dich mal mit max zu machen ja aber für 60 der klassiker mein gott du kennst das sachen gifs mit meisterschaft nicht da bin ich für schlecht für man bewährte von 1 bis 10 8 und da war ja auch damit habe ich dich regina hat sich getötet 22 jetzt auch selten ocarina of time 22 von wo ich mich auf dich konzentriert habe hallo felix wieso keine szenen weil es ein paar probleme hat und ja ich glaube nicht dass mit inbauen sind bessere spiele allgemein jetzt aber warum kennst du die nintendo spieler wenn du 22 bis hat trotzdem alt aber trotzdem also für nintendo ist das schon sehr jung die bauern hier trägt so ein steinholz aus ecke man hier ist kann ich hier drauf ich habe mir neue schöne rampe gefunden lass mich in ruhe aber der ist vielleicht auch du guckst ein lali und weg sind das unterschiedliche person du kennst von ihm dann mario 64 spiel zu selda als kind habe ich das auf jeden fall gespielt ich habe noch ocarina of time habe ich auch auf dem ds aber ich habe das schon lange nicht mehr gespielt gegen euro fest und dann hatte ich kein bock mehr und habe ich es wieder gespielt kennst du selda botw ich kann es nicht aufsprechen ja kenne ich habe ich aber nicht gespielt weil selda mag ich nicht so zum selber spielen also ich habe als kind halt das von nintendo green of time und mein jorras mask gespielt mehr oder weniger aus dem spiel rausgekickt 42 mario karten ja mario karte ist auch super mario kart da habe ich auch einige von der ich auch wirklich oft gespielt jeden teil ganz oft gespielt tetris versteht hier noch ein genauer die spiele gespielt wie lange bleibst du noch live spätestens bis 21 uhr warum bist du sauer magst du lego er zum bauen ja also so nennt man das vor ort hier lego vorne dosen scheiß jetzt nicht oder irgendwelche lego spiel auf der xbox haben wir diese bausteine wirklich vor ort in der hand bauen macht spaß warum spielst du die battle royale das machen wir immer das machen wir immer am anfang des streams wolfenstein spielst du auch ich glaube ich habe mal jeden teil angefangen sie ist doch wolfenstein ich weiß nicht mal wie das hieß das kann man im koop spielen da sind so zwei frauen die bringen jemanden ja aber da wurde mir schlecht von dieser ego perspektive weil er so rumzappelt und dann habe ich nicht mehr gespielt was sind sandwich maker was weg also den geilen sandwich gemacht herr zu groß auf zushima kenne ich habe schon sehr viele bilder von gesehen dass sie richtig geil aus aber es gibt nur für die playstation deswegen kann ich nicht spielen du musst auch gerne ja du habe ich auch durchgespielt auf der xbox das alte also ich glaube es war ein remake also es gibt ja es bin gefallen es gibt doch glaube ich so ein weiß wie das heißt also ich habe mich das ganz alte auf der nintendo gespielt sondern das halt für die xbox das remake ist wahrscheinlich immer vor paar jahren rauskam auch noch call of duty ja sehr häufig privat immer man merkt dass die meisten 8 9 sind der auf jeden fall früher war alles besser genau wie flessen hier drin rome du kannst mal anfrage schicken ich weiß gerade gar nicht wieder in vornheit heißt kannst du deinen namen schreiben dann kann ich versuchen dich heranzunehmen und wie heißt du ramon ich weiß gar nicht habe ich dich jetzt auf deiner liste du musst ihn wie ein anderen namen haben oder weiteres anfrage schicken diesen namen finde ich hier gerade nicht auf meiner liste was ich abonniert dankeschön mohammed schönen gruß an mohammed romi und ramon ihr müsst mal euren vornheit namen schreiben damit ich weiß wer ihr seid ey guck mal hier ist eminem so gibts mir deine so viel zu drei du hast du hast du mich gerade getötet was nicht anders ich habe nicht auf den namen geachtet 1 1 0 oh mein gott ja auch schon scheiße deine nummer hier rein wieso andere menschen moin hallo elite large du bist rumina kannst mal beitrittsanfrage schicken dann kann ich dich annehmen kam und du kannst auch beitrittsanfrage schicken bis jetzt sehe ich kein mit diesem namen halt drauf gefällt die call of duty ja mir macht das spaß also ich glaube das letztes jahr modern war für 2 das mochte ich nicht habe ich sehr wenig gespielt aber hier teil 3 das jetzt das war ich auf jeden fall spiel ich sehr viel an was normal vorbeischauen muss mal gucken ob wir irgendwelche an die tun mir nix die sagen die tun mir nix ich vertraue den mal wir werden abgeschossen ach da bist du du bist als black seagal angezeigt machst du viele kills ach so in call of duty in call of duty auf jeden fall mehr als in fortnight wobei in call of duty ist das glaubt ich das match make dings vom skill match make oder wie die scheiße heißt also dass sie offen mein level sind und nicht so starke menschen aber da habe ich im normalfall bin ich nicht fertig gebaut ich will das nicht da bin ich meistens immer sehr gut drin manchmal erster platz meistens er so dritter oder so oder zweiter aber wesentlich besser als in vorne da kann ich sogar treffen es ist heftig was mir eine anfrage geschickt aber ich glaube du hast sie ihn wenig romi weil romi sehe ich gerade nicht 60 spielst du auch ja es ist auch auf der xbox auf jeden fall gekommen vor geraumer zeit ich habe es als kind auf jeden fall gespielt pony kursst du nicht gehen ja ich habe das als kind gespielt jetzt erwachsen auf der xbox nur nicht hallo wu scrumi ja 23 du abonniert mich weil du auch hast denke schön was spielst du am häufigsten zurzeit fordner fordner und call of duty eigentlich hallo athrax du gehst wieder okidoki tschüss elite large kannst du mich grüßen schönen grüß an athrax macht luke eigentlich ich will mich beleidigen oder so dass das einfach nur so weil er macht ein älteres zu mir es ist ja der der angeblich beleidigt hat wenn mitglieder auch damit kann ich für euch baulich wenn ich das hat um geschieße wird dazu gebaut was ist das hier eigentlich gruppenmitglieder acht gruppenmitglieder sind diese diese die jetzt nur in dieser dingsbums drin sind glaube ja weil das sind nicht alle drin die hier mitspielen glaube ich ich kann hier nichts drücken weil der luke der ist da nicht drin für drei teammitglieder aus städten da bei tschüss romi spielst du brauchst das habe ich noch nie gespielt du hast mein creator gut eingetragen dankeschön anonym hallo remus kässe doom externalisiert ich weiß es nicht ist das ein neues du ich habe keine ahnung ich habe halt beruhm 64 glaube ich gespielt das habe ich auch gespielt aber da brauchst du als ein eingespieltes team und man muss sich da nebenbei dauerhaft um sachen kümmern so gefühlt also ich weiß nicht ob das für uns im stream geil ist mit so chat und so was da wirklich ganz halt so darauf achten was da passiert und keine ahnung es gibt viele menschen die das wie immer weiß ist dann wieder so nur dieses spielst wie immer also kommen leute die nur dieses spiel halt gucken das ist auch ein kleines so da brauchst du sozusagen für eine runde oder so ein paar stunden so sonst tut sich doch gar nicht er hat die ganze zeit aktiviert die glock glocke weil jetzt so viel respekt den geht ja sein andreas verdient heißt sehr gut um 4 9 weiß es gar nicht ganz viele waffen das heißt vielleicht ob das macht um drei kamen und das letzte ist jetzt dumm internal also noch gar nicht durch irgendwie ganz viele waffen wenn man da ist er mir getötet hallo roman in den baum weint hier 6 3 2 4 3 zwei k Soleil wo wir wir jetzt die kann saunt 7 7 8 8 8 8 9 9 ach so dass man da oben und ich dachte dachte mein roman kann man hier gar nichts ich kann die die scheiße nicht drücken bestätigt für messi zwischen dieser scheiß frage lass mich in ruhe ich möchte starten so teammitglieder sind acht gruppenmitglieder sind acht verstehe ich noch nicht das hört hier runter weil bitte einen guten witz ich kenne auf jeden fall kein was ist das denn was machst du da wo wir umgebracht auch mal spät ist es eigentlich 20 auf 14 8 sturmgewehr von dem felix hallo tv kann ich mitmachen im normalfall du kannst noch vielleicht weitere anfrage schicken ich weiß es nicht muss man halt freundschaftsanfrage stecken wer macht hier wer ist das wer war das hallo siri es sind neun was sind neun mein ep genau wie mein youtube name er steht hier im stream wer ihn findet und richtig schreiben kann kann mir eine anfrage schicken hier ist ein felix da beitreten will aber ich verstehe den sinn nicht hallo mina sag mal hier ist ihm wohl jemand lass das sein wer ist das das steht da nicht dran zeigt es mir marvel manu hallo nils warum habe ich eine punk kann die will ich doch gar nicht ich gehe mal rüber hallo daniel woher roman echt nicht roman winter will noch bitte zeit verbringen er schießt hier aber müssen wir nicht wahrscheinlich auch was essen aber vielleicht komme ich dann noch mal wieder da muss ich mal gucken muss man arbeiten das leben sind neun themen mitglieder mitglieder so rück mal start da ist moko tv wurde mir nicht angezeigt so eine unverschämtheit aber kann ich jetzt mal eine gute fähigkeit haben hallo lara was eine nerflinte so niemand böses ist hier drin ach du warst ja im kino und wie war der film hey mach mein haus nicht kaputt auch die sind alle so böse so was gibt es da eine schrift und die nehme ich mal mit stunde wird diese scheiße hier das lasse ich weg sehr ein böser mensch wie viele epische siege hast du es weiß ich gar nicht wie viel habe ich weißt du es auch nicht so insgesamt oder auch nur in der season ich weiß nicht was ich kann sagen da käre gesamt oder sieben steht das weiß ich gar nicht also kroner habe ich gerade 33 aber wir müssen ein paar mehr sein aber das ding ist was ja du spielst auch öfters als ich also warte wenn du ein kronen sieg hast und wir spielen zusammen dann müsste ich ja eigentlich auch ein haben manchmal in den meisten fällen schon ja okay das ist halt mehr anwendet ohne eine runde gehst stürmst in der runde und ich bin wieder dann kann halt sein dass du dein kronen verloren hast du hast mein creator code eingetragen dankeschön abtragst du ignorierst mich nähe sind nur so viele nachrichten und ich muss manchmal spielen und schreib so ein schönes du hast nicht mal irgendwas geschrieben schreibst du schreibst du bist du schon drin ich habe versucht dich anzunehmen aber manchmal funktioniert das nicht warte mal kann ich etwas drücken bist du hier reingekommen sonst muss noch mal anfrage geschicken aber wenn das dann nicht geht dann das nicht also ich habe dich schon angenommen zweimal aber der eine beleidigt mich angeblich weiß nicht wer die heißen der namen attrax bis überhaupt hier drin roman ja ich muss mal gucken ob und wann ich hermanners runterlade im moment noch nicht es kann noch bisschen dauern schön groß an david luca g ist immer noch da ja der ist irgendwie reingekommen könnt ihr denn überhaupt seine stimme hören ist er jetzt derjenige der beleidigt weil bei mir steht da nicht drin dass er hier überhaupt im gruppenkanal ist der ist bei mir im team und da kann die ganze an und macht älter ins bei mir aber nicht im sprachstellen soviel ich weiß hallo atriana was geht im fortnight spielen wir die ganze die oben abgeschossen 6 für 3 oder so aber ich finde sie nicht mehr um mitglieder und recht gut gemacht ist jetzt danke schon adriana der bekommt time out er bekommt time out irgendjemand kommt sie die ganze zeit an ich kann so nicht auf die stadt links funks drücken wer da wäre es das überhaupt was wollte ich denn jetzt eigentlich gucken für du seid ernst weiß immer wo das steht der ist jetzt hinter mir jetzt macht er dein herz hört den stream kann nix drücken dass wir doch start drücken lebt ja noch ziemlich 89 geleidigt was sagt er denn um den beleidigt der er beleidigt mich mit mir ist so bist schon geschalten ja ich bin auch so aber ihr müsst mal aufhören zu gucken werden gruppenkanal ist egal und ich brauche mich hier aufzudecken ich mache es das heimlich hast du was gehört da hat nur einer geredet aber tatsächlich beleidigt ist keine augen ich weiß gar nicht das problem ich weiß ja nicht in welchen gruppenkanal die drin sind ich weiß halt nicht ob das vielleicht teams abhängig ist dein team vielleicht einen eigenen hat oder so ich kann nichts das ist schön irgendjemand kommt die ganze zeit hier an ich kann einfach nicht auf start drücken oder sonst irgendwas der ganze einladung oder ich die ganze zeit tot bin so wir essen ihr jolly bobcat ist bei mir im team drin aber wo also nicht im gruppenkanal sind nur neun leute drin und insgesamt sind wir 16 oder so schokobrötchen sagt er ist ziemlich 89 und der beleidigt niemanden der ist auf jeden fall im sprachkanal drehen er ist überhaupt der art tracks die gene wo bist du denn ich will dich jetzt hört euch findet ihr fünf minuten lang gar nicht mehr gesehen ja ich habe sie gefunden hat man wo für einen gruß an legends so vielleicht bewege ich mich jetzt mal ich versuche mal noch anzunehmen schreien wir an auto wo sind die leute und ein sniper bau und die hier nicht so viel wollen die das nicht ja da kommst du runter ein kleines sieger vorgebrechen sagt er beleidigt niemanden ich habe auch nichts gehört aber ich habe keine beleidigung gehört ist ja schon halb neun ja aber wo ist regine es kann nicht sein hat schreibt jetzt ich verlasse die gruppe und deaboniere dich das ist der der sagt dass sie mich angeblich beleidigt aber schokobrötchen sagt er beleidigt niemanden hallo damian lehmach du geht doch nein ich habe rank bist du gar kein spiel ohne rank schokobrötchen ist nicht im gruppenkanal du bist schön dankeschön selin warte also im gruppenkanal ich weiß gar nicht ich sehe den ersten gruppenmitglieder und teammitglieder bei gruppenmitglieder vielleicht ist er nicht im gruppenkanal heißt gruppenmitglieder die aber das macht ja keinen sinn ist es ist ja nicht bei mir achten bei dir zwei leute drin also hier im gruppenkanal gruppenmitglieder steht er zumindest drin ich check nicht wo wir gehen ich stehe überall jetzt ich war bei mittlern gang aufs dach und überall sniper gucken und so ich finde die nicht ja ist genau wie hier auf youtube er ist im kanal siehst du den gruppenkanal wenn du start drückst also steht da eigentlich kann er geht rein raus ist also ich sehe nur gruppenmitglieder oder so ein teammitglieder ich weiß nicht ob das gruppenkanal bedeutet ich habe deine waffe geklaut von dir ich habe gar nichts genommen haben ich habe auf jeden fall nix eingesammelt ich habe auch gar nichts mystisches in der hand essen da ist das andere gold oder blau vielleicht ach so gold ich habe eine von dem felix aber der schatz sagt er heißt kevin hier ist jemand felix hat deinen skin felix hat sich gedruckt vielleicht ist felix kevin warte mal lassen wir das mal fallen bist du bist du kevin also du bist felix was habe ich denn hier ein komisches ding sieht gut aus hey komm ich nicht rein aber leidig und fertig das fehlt nicht doch gleich bleiben die beiden sich gegenseitig wo ist denn rigide jetzt warte mal nabas denn Ja, das kann ich nicht machen. So, was ist da? Ach, Felix! Mann, der hat einfach deinen Skin. Aua, natürlich. Hallo, Roman. Wer ist hier die ganze Zeit? Komm hier einfach rein. Marvel-Man ist das. Also, ich höre doch gar nicht, glaube ich, gleich. Ich kennst du Marvel-Man. Äh, ja, der war bei Mörder, müssen wir ihn gespielt, auf jeden Fall. Der ist böse. Ich habe es, ich glaube, die Namen nicht gerade. Da war noch mehr Leute drin, 8 oder so. So, 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 so. No, 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 no. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja. Die hat sich doch in so eine Box versteckt und kämpft, die ganze Zeit was Angst hat oder so. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Ich kriege drei Punkte vorne, die mussten mal hier pushen, ein bisschen. 4,6 oder so gerade. Die ist schwer beschädigt, die Unwichtigbarkeit, Fähigkeit. Ja. Guck. 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 Hi, ich bin leichte ein Auto. Können wir noch Mörder-Mystery? Guck, ich habe es gesehen, die hat das Kin gewechselt. Wir haben vorhin Mörder-Mystery gespielt, das machen wir heute nicht mehr. Was steht da? Guck. Du bist so gut und Fortnite? Nee. Ein Hit? ich muss regine töten ja wenn es der piraten acht der piraten fisch ich dachte was für ein komischer piraten fisch die gruppe voll weiß ich gar nicht fast ein bisschen ich weiß es gar nicht da stehen was die hat keine lust wachst du keine lust jetzt wieder nach oben hallo harald du bist der piraten fisch suche jemanden leon sagt er ist nicht böse aha zwei leute aus deinem team sind schon nett zu mir hey wo kann man hier immer diesen skin wechseln für die schule hast du ja sind bald ferien um wer willst du bist runtergefallen da ist ein weihnachtsbaum ich habe mir getroffen ach lea du bist marvel man oha naja doch du kriegst mich aber um wo steckst du jetzt matthias versteckst du dich jetzt auch du löscht mich ja noch das das bleibt einer bist du böse ja er ist unsichtbar oh mein gott jetzt sich die unsichtbarkeit stings wo das ist ja cool nö 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 d wir hatten gesagt dass sie beleidigt weißt du den namen noch noch da ich ja als zu werden gesagt dass das ziemlich beleidigen soll wer ist ja eigentlich alles wort wo ich und schwarze games aber der ist heute nicht darauf kannst du mich hören hier 65 spielte mit kannst weißt du wie der name hieß da gesagt dass ziemlich angeblich beleidigt ich habe nicht gesehen und dann hat er auch nicht mehr geredet und einer hatte halt so dass man hat gehört das findet das eine mikrofon auch die ganze zeit so lärm gemacht quasi weil abtrags ist auch hier im spiel drin also die sind beide hier im spiel drin da ich check das auch nicht da jetzt werde ich bin leidig von pro glitsch pro glitsch ist der imposter und das heißt er schreibt hallo hübscher f*** dich hallo aptik gamer oder okay warte warte beleidige zurück ich sollte reagieren was du schreibst standen da jetzt wie ist der mapcode weiß ich nicht das spiel ist einfach irgendwas mit rot gegen blau irgendwas mit rot gegen blau was sehr beliebtes muss einfach red gegen blue versus blue oder so suchen deshalb auch sehr beliebt das finde ich ganz schnell du musst wieder los okidoki tschüss es ist schon dunkel hallo termin du hast ja wir machen bald aus großelie wäre es alles mod matthias und matthias mein name steht übrigens da um auf dem stream noch mal und in vorn hat genauso mit y na ja ich muss ja schießen das ist doch gut schießt auf mich auf ja von blu bei blu auf den ach man ist ja da oben bei blu ob man allein so man kann sich hier nicht hochbauen ist er da hochgekommen jetzt sagt abtrags hat doch nicht beleidigt ich kann alte mord geben die der für mein namen zum test das ist schon wieder jemand die videos die wende bieten du brauchst ein grappler sagt ja max ich hätte kurz bitte schön du wolltest es dass er gekickt wird warum willst du das denn das ist ja noch mal schul das ist immer sein namen ach mit den greifagen also ist das auf deutsch wie geil ist das denn das braucht man nur ein sniper steht schon wieder hier oder so oder wie 50 ich weiß es nicht genau weil er doof ist also attrakt sagt jetzt er hat gelogen dass er nicht beleidigt das ist aber nicht leuchtet der fisch 7 zu 4 habt ihr so ist auch bis morgen okidoki bis morgen leon kann ich hier rein was nehme ich denn jetzt mir ein was hast du getan nein nicht du ich habe noch viel gefühlt da hat er denn in die wecke drauf oder so er sagt er ist ein weltmeisterschaft mitspielt wie man selber mit da hast du den schuss von dir gesehen wer hat wen genuss kommt der videos ich habe wollte gerade auf die zieler damit es hat ihn einfach so wort schon weg so im lauf während der raffung springt hallo bayern fan starten wir noch eine runde nähe wir machen hier noch ein bisschen dann machen wir aus weil es ist spät morgens wir dann wieder da grüße gehen raus an matthias grüße gehen zurück an zusanne kombi video zu legen wir schlafen da habe ich mitspielen theoretisch aber wir machen nicht mehr so lange ich weiß nicht ob du reinkommen kannst also weiß wie voll das ist wann bist du dann wieder live morgen morgen wahrscheinlich erst 18 uhr oder so glaube ich morgen ist ja auch gerede ich habe noch schlafen gelegt kann ich mitspielen theoretisch ja glaube es sind vielleicht noch ein paar plätze frei du musst auf okidoki tschüss susanne creator code rosalie genau rosalie mit y schlafen gelegt komme ich wieder auf samt 5 glaube ich jetzt ein besonderes habe ich jetzt nicht geplant also jetzt gerade bist du auch noch auf dem sound weil das das alte von gestern genommen wurde muss ich mal gucken ob ich vielleicht eins mit dir und matthias eben machen könnte ja auch die gene kommen das treffen wir wollen gang oder abschießen und dann dann machen wir beide einen taten so dass wir haben dann muss ich aber auf ein fähres naja dann muss ich dich aber auch da muss sie auch mehr kommen ja mann ich habe gegen das sind mein team die kann ich gar nicht töten dann musst du uns schützen lasst uns alle auf ein boot treffen oder so dumme schlafen okidoki gute nacht abtrags treu von schokobkumpfung 1 1 auf die das wieder gewechselt hat ich nicht einfach wissen ja was geschrieben das ist ja uns noch boden gerade bei euch blau auf blaue seite er ja denn okay das was regierende gewechselt wer ist denn reitig marki ja er lasst in seinem gang treffen von dir aus gesehen die base rechts und dann ja die frage ist ob du noch die gleiche seite siehst ich sehe weil das zu mir verzögert ist und hoch komme ich gerade auch nicht wenn wir mittleren gang wieder weiß ich weiß nicht was mit der vergangen heißt wenn du vorstagsweiter ergang da stehe ich die videos dafür muss ich erstmal sterben kann auch schon mal herkommen als dein benutzer name mein youtube name ich weiß nicht was du als mittleren gang meint hier hier ich bin bei mir ich bin schon er wird nutzt wenn du sport kannst doch recht lang stehen ja genau aber die gene ist nicht da aber diese seite nehmen wir problem ist jetzt dass sie jetzt dass ein paar leute dabei wird die ja dann nehmen wir jetzt die andere seite zum verwirren ja okay mein vorhanden nutzer name ja mein youtube name ist mein vorhanden name wenn man den richtig schreibt kann man mich finden wo schlafen gehen okidoki irgendjemand braucht mich immer ein ansonsten müssen gleich noch mal kurz alleine reingehen wie zutritt nur ich wusste agenten fisch man wenn ich am boden bin komme ich nicht mal hoch ich würde mich töten genau sie wenn sie mir nur eine der eine roten dinge die schließt die ganze zeit nicht den ich den ich den ich gut 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 so ich bin da bist du da bist du ja warte jetzt muss wir gehen noch kommen ja sonst müssen wir gleich alleine hier einfach noch mal eingehen ich habe mich auch aus wie heißt du denn wie ist ein wie heißt du hier bist du hier und die schießen alle lieb alle liebseiten sind nicht alle lieb wie kann man live sein dafür braucht man eigentlich ursprünglich 50 abonnenten manche sagen das braucht man nicht mehr und dann muss man glaube ich 18 sein oder so ja mal ein bild gemacht b77 lautet hast du noch im zweiten vornamen weil einer mit den namen finde ich nicht und ich werde ganze zeit umgebracht ja ich glaube das klappt nicht da sind ein paar leute die töten die ganze zeit ja wir können unten in der mitte wir können gleich ja noch mal alleine da reingehen wenn stream aus ist ich habe keinen auf meiner liste der diesen namen hat moin und bitte gute nacht wünschen moin elite gute nacht alt 9 uhr wie lange willst du noch machen ja wir können gleich auch mal die brauchen ja dann lass uns gleich noch mal privat hier reingehen dann können wir kurz ein bildchen machen ne 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 hallo 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 adil hallo melden du sagst mir morgen abgast aktivitäten davon kann ich gar nicht töten erst mal aus kaputt fahren gute nacht ja wir wissen gleich noch mal ein paar leute wenn wir nach dem leiten foto machen wie heißt überhaupt in ford night ich weiß keinen namen nicht oh mein gott ist so morgen live her der markierte ganze diese fische geschlafen schlafen geschickt ach du bist jonas bist du schon hier drin wissen du bist gar nicht da glaube ich mit dir bist du böse bist du lieb würde ich auch schlafen du bist regine einmal stehen am goldfisch um wieviel uhr um 18 uhr sind wir wahrscheinlich live morgens sind wir später live hast du mir das gehen weiß ich gar nicht wenn der battle pass ist ja ansonsten nicht ich habe wenigstens wirklich schlafen geschickt ich habe jetzt wieder ist ein fisch der traut doch nicht gut heute ja jetzt habe ich auch schlafen geschickt schlafen geschickt filmgroß an ben und lukas hallo eminem hallo kilian neuer lobby wenn das team aus ist machen wir kurz eine für ein bildchen du bist der agenten fisch was ein 8 es gibt so viele komische fisch arten ne nein getroffen nein juhu kannst du nicht bauen nee du scheiße in von als herr ne nein warte du holst ja gar nicht nein juhu 18 uhr genau ich hab eminem umarmt sei versüchtig ne du magst eminem es ist ja von strafen schicken würde schreitze ich noch nachladen doch nicht mal klar haben es ist fünf von neuem wir müssen bald ausmachen ja du süchtiger ja dann lasst du jetzt gleich ausmachen können wir noch kurz abmelden wie unter mehr getroffen ne ich will ihn ja noch kurz schlafen schicken und gute nacht nein nein äh nein 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 ja ja nein ja 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 dann kleine das mal rausgehen wenn ich hier raus gehe dann mache ich den stream aus oder kannst du mal lobby machen mit ja auch die schokobötchen ob das war schon mal lobby machen mit jolly und deinem freund also regina jules schule bobcat du bleibst noch hier und du von einem sie bleibt noch hier ja heute nicht ab so wir machen jetzt sicher los wir machen jetzt den stream aus weil es ist spät wir sind morgen wieder dabei erst um 18 uhr spätestens 18 uhr so ungefähr vielleicht halb sechs also wieso dann morgen wieder ungefähr 18 uhr da würde ich sagen hallo alissa ja also wer mitspielen will oder so muss um 18 uhr dann ungefähr vorbeigucken sind wir dann höchste ansonsten aktiviert die glocke dann müsstet ihr eigentlich benachrichtigung bekommen wenn ich leider doch den kräuter kurs eingeben genau kräuter kursalee mit y der steht exakt hier in meinem gesicht einfach nur rosa die mit y oder schreibgrüß an alissa wenn ihr mit lieb ich danke schön mir schreibt sonst nicht so viel joni hat schon dings joni wir gucken mal die tag ob wir dann ein bild machen können heute glaube ich nicht mehr als schon spät vielleicht bist du ja morgen da oder ich mag ich würde ich mache dann ist das team aus morgen 18 uhr sind wir dann wieder da dann können wir damit spielen je nachdem wie viel platz ist das kinder nicht dafür geschenkt habe oder nicht ja eines tages können wir ein schönes open bild machen mit ganz vielen leuten drauf aber braucht noch einen schönen hintergrund aber jetzt machen wir noch kurz mit den vielen leuten gut wir sind dann jetzt weg bis morgen 18 uhr